jetzt hoch das ist der weg dem du siehst wo ist die burg die burg hinten also ja sagen wir mal der übergang bisher so noch kein buch okay ich könnte mir vorstellen panikreaktion drüber rennen sterben aber alle zu machen die waren also der da unten ist nicht ganz so früh stehen und peppy bvb witzigerweise direkt dahinter her auch nochmals sehen vielen dank auf euch ich hätte so gerne ein tritt in diesem spiel außer man legt die waffe ab ja stimmt ich glaube ich habe einfach den und dann lauf ich das ist gewagt der sieht lustig okay das war die schlechteste richtung die ich hätte nehmen können oder war mache ich das war ja guck mal ich frage mich nicht auf wieder irgendwo noch ob wir da noch irgendwo eine gnade übersehen haben vielleicht wird so lange es wäre jetzt aber nicht geritten eigentlich nicht war aber da oben war noch für ganz oben drauf waren wir nicht gemacht war aber nicht der hat für zwei schläge gebraucht mein darum da war ich nicht meinst du was das ist sogar kein adler das ist was denn das ist ein falke im bussort na hab ich okay hat sich ein gesagt hätte ich nur okay gut dass du hier nicht war es war vollkommen irrelevant ja aber hey ne wie war es safe than sorry ja da hätte das op einem liegen können wobei der chat bestimmt schrien ja wahrscheinlich schon hedwig ist es ach so also eine schnee eule aber das ist doch keine eule gewesen oder ne würde ich jetzt auch nicht sagen der typ übrigens hat verdammt viel leben der hat so eine komische blutpeitsche und man konnte ihn also entweder es kann sein dass ich es falsch gemacht habe und irgendwie zu weit weg war oder so ich habe ihn nicht gebackstappt vielleicht habe ich auch nach vorne gedrückt wodurch ich diesen äh pixar gemacht habe ähm alles betet doch auch das steht auf was steht auf wo du gerade vorbeigelaufen ist ach nee das ist schon eingeschneit ok dass da noch keine nachricht steht ist genau ich habe ich bin auch verwirrt machen die denn weiß ich auch nicht irgendwie diesen übergang bewachen anbeten dinge sind was weiß ich alles ein bisschen da wartet nichts als der tue ich gucke ich hoffe in der küche worte das essen heute gibt so weit dornbusch der bestrafung was war das ich dachte ich hätte ein schild in der hand und war dann aus versehen cool was war das chat war das war das ein zauberner anrufung in welcher kategorie muss ich sofort suchen ach fucking zauber okay dann gewöhnen wir uns mal wieder dran dass wieder mehr zauber kommen sieht zumindest cool auf verwundet euch um eine spur aus blutdorn zu erzeugen den habe ich glaube ich schon in videos zu gehen gesehen nichts verachtet die akademie so sehr wie die zaubereien dieser kriminellen verwundet den zaubernden wo ist ein glaubenszauber da habe ich ja noch nie drauf geachtet okay ist auch der erste noch mal glück gehabt verwundet verwundet den zaubernden mit den dornen der sünde um eine spur aus blutdornen zu erschaffen die gegner von unten aufspießt diese zauberei kann wiederholt gewirkt werden die schuldigen leben in ewiger dunkelheit da ihnen die dornen ihre augen raubten und in dieser dunkelheit fanden sie den blutstern ja die brauchen ja auch glaube das richtig daniels zünden daniels zünden aber die brauchen halt auch weißheit das ist ja wirklich ein zauber der braucht ausschließlich glaube was ein bisschen crazy ist aber i take it und dornen zauber stimmt haben wir ja was gefunden was dornen zauber verstärkt ok ok interessante kopfbedeckung die hätte ich auch gerne ok machen wir das an oh mein gott ich hasse christian so sehr das ist so nassi der troll ist nicht schlecht muss ich sagen ja die 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 Ja, viel mehr. Oh, oh. Das wollte ich nicht. Wait, trifft das mich so nicht? Oh, doch wahrscheinlich schon. Okay. Also machen wir das anders. Okay. Bitte was? Okay. Wie hat der denn reingehauen? Der hat mich geworonhitted gerade. Das habe ich gesehen. Mit einem Arsch. Mit der Arschbombe. Krass. Hast du alle einzeln gemacht sonst? Ja. Und dann wollte ich die Mimik rufen, Christian. Du Penner. Ach so. Chad hat gesagt, nimm den OP. Ich habe eben ein 1&1 gemacht vom Pagen gegen den Gegner, der da rumgelaufen ist. Der Page hat, der macht 35 Schaden. Der ist zwar nicht gelevelt, aber auch ansonsten. Ich sage mal, der Junge ist sehr verwirrt, weil der schießt halt die ganze Zeit seine Bolzen und die haben alle nicht getroffen. Ja, der Page ist halt einfach überkacke. Ja, du bist nicht dran. Ich habe ein Item tatsächlich übersehen, dass da links auf dem Vorsprung, also rechts, rechts eigentlich auf dem Vorsprung, aber links, ne, ich habe das super schlecht erklärt. Links bei dem Baum, bei dem kaputten Baum, ja. Also der rechteste Baum von denen, die du gerade siehst. Da hinten. Ja, genau. Da hinten durch. Pagen, ja, von wegen Pagen geht. Wir haben den Pagen getestet, wir haben ihn für schlecht befunden. Also dieser Peitschendood ist aber auch eine Ansage, muss ich sagen. Der wurde gewogen, gemessen und für scheiße befunden. Ungelevelt. Ja, natürlich ist der ungelevelt. Ja, aber scheiße ist, deswegen haben wir den ja auch nicht gelevelt. So, kann man jetzt hier runterjobben oder wer oder wie oder wo oder was? Ja, das habe ich gemacht, war kein Thema. Verarscht, nein, Quatsch. Hier ist ein Alter, ne? Was? Ne, der rechteste Baum von denen, die du gesehen hast. Ach so, ich dachte, der mittlere. Ah, okay. Dann fangen wir hier mal an. Da, jetzt siehst du das Alte auch. Hm. Das hatte ich übersehen. Die Frage ist, siehst du mich, wenn ich das Alte hole? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Da ist noch rechts hinter dir jemand. Rechts hinter dir ist noch jemand. Ja, das ist so spiel. Ich versuche den jetzt mal. Ruffy. Die Idee ist pornös. Und das sage ich, weil es irgendwann mal meine eigene war. Aber das geht gerade nicht. Wenn du den killst, wird der gepult. Okay. Ähm. Er hat vorgeschlagen, den Ansturm zu benutzen. Dann macht König Feuerkopf einen Abgang über die Klippe. Geht aber auch dann nur, wenn wir, äh, also wenn ich ihn jetzt nicht schaffen sollte, wenn wir nicht zu Marikas Fall, sondern... Wie gesagt, wenn du den angreifst, wird der gepult. Dann kannst du das, glaube ich, nicht mehr benutzen. So, wir haben den ja eh nicht dabei, den Zauber, naja, stimmt. Ja, eben. Wir haben die nicht dabei, deswegen müssten die so mehr Gnade. Ach so, du kannst auch schießen. Ja, mit dem Helm. Okay. Das war ärgerlich. Das war wirklich überflüssig. Also, das war der One-Hit bei mir. Weg, 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 weg. Es gibt, es gibt... Glauben wir das eigentlich? Ja. Tschüss. Holy shit, unser Mimic ist aber auch echt gut im Damage verteilen. Boah, der gibt ja fast gar nichts. Oh, ho, ho, feuerprälatenrüstung. Interesting. Die wird wahrscheinlich eher unten zu finden sein. Jawoll. Eine Schwarzeisenrüstung verziert mit rotem Stoff. Teil des Gewands der Feuerprälaten. Ihres Zeichens Kommandeure der Feuermönche. Die gewaltige Statur der Prälaten ist ein Symbol für die schwere Verantwortung, die sie als Hüter der Flamme tragen. Rennt dies in eure Brust als Zeichen meiner Macht. Klasse. War doch ordentlich Verteidigung. Also, 24-7 ist aber echt. Fast die Hälfte von dem, was wir gesamt tragen. Ich möchte zwei Sachen kurz sagen. Wir haben einen Zauber bekommen, der Glaube braucht. Ausschließlich Glaube. Das ist ein Blutungszauber. Dafür bräuchten wir natürlich einen Zauberstab. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Aber den kannst du dir mal angucken. Der ist unter Zauber. Moment, wo wir die Zauber sind. Da sind die Zauber. Da. Verwundet euch, um eine Spur aus Blutdornen zu erzeugen. Das ist Dornenmagie oder wie auch immer. Ah, ja. Die Schuldigen leben in ewiger Dunkelheit, da ihnen die Dornen ihre Augen raubten. Und in dieser Dunkelheit fanden sie den Blutstern-Blutstern. Aber, ähm. Fand ich ganz interessant. Das sollten wir ja haben. So ein, zwei Zauberstäbe haben wir ja. Ja, Zauberstäbe haben wir ja. Ich weiß nur nicht, inwiefern. Ja, ich meine, man kann das ja mal ausprobieren. Und das andere, was ich sagen wollte, ist, Stegi hat 100 Euro Trinkgeld da gelassen. Was sehr, 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 sehr viel Geld ist. Und schreibt, hey, Piet und Chris will auch mal Danke sagen für die schönen 10 Jahre. Wie ich jetzt dabei bin, Prost auf euch. Ja, Prost. Stegi, Prost auf dich. Vielen lieben Dank. Ich könnte nur mit Wässerchen prosten, aber... Ja, ich muss... Morgen wird unser Leergut abgeholt, weil eine neue Lebensmittellieferung kommt und... Ah, da muss das weg. Ich muss heute Abend vier Flaschen noch leer trinken. Also nicht noch, sondern insgesamt. Eine haben wir. Ich sehe mir gerade eine, macht aber auch keinen Sinn hier drauf zu wechseln. Und den Zauber haben wir gar nicht mitgenommen. Also, an der nächsten Gelade müssen wir noch ein bisschen Zauberkunde betreiben. Ich weiß, das ist echt traurig. Ich weiß, schon, danke. Warte mal. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Tschüss, Mimik. Diese Brücke sieht unfassbar awesome aus. Ja, die sieht auch so aus, als würde ich den Gegner kommen und der da hinten beschmeißt uns bestimmt mit dem Bescheid. 100 Prozent. Und da unten kann man vielleicht sogar hin irgendwann. Äh, da links, meinst du, ja. Denke ich auch. Chat sagt, nochmal umgucken. Bleibt nochmal kurz stehen. Okay, guck mal runter. Das sind die Riesen. Stimmt, da sind auch noch welche Sachen. Da oben, da kommst du auch rüber. Stimmt, da kommst du auch nochmal irgendwann hin. Okay, da unten ist nichts. Ja. Chat sagt, da sind irgendwo Katakomben direkt am Anfang, wo man sich droppen lassen kann. Ach, wo der Typ wieder drauf zeigt. Vielleicht. Also wenn du jetzt nochmal auf die andere Grenze gehst, links und dann nochmal zurück guckst. Sehen wir da irgendwas? Hoch? Ne. Wir sehen tun wir das nicht. Interessant. Aber da müssen wir da einfach an der Klippe entlang laufen. Also wirklich da, wo wir herkommen und dann direkt links, wenn du jetzt wieder zurück gehst. Kann man da links runter gehen? Ach, da? Ja, da links steht auch ein Bäumchen. Ich meine, wir können uns ja kurz das Feuer da drin holen und dann normal weitermachen. Müssen jetzt nicht die Katakomben unbedingt machen. Machen wir gleich. Ja. Guck mal, da sind sie tatsächlich. Ja, danke schön, Chat. Also offiziell ist das jetzt auch Blackseat Gaming, aber da kann man theoretisch mal reinsteigen, wenn man so eine Katakombe übersehen würde. Das ist gestattet jetzt gerade. Auch wenn wir die jetzt nicht unbedingt machen. Aber das Auge zittert wieder. Ah, da haben wir mal wieder einen Unto. Katakombe natürlich auch machen wir da jetzt auch drauf hast. Ja, ich mache einen Marker drauf, so. Ja, hier muss man nur noch hin. Erika, ich habe Erdinger. Ganz klassisch. Von Bayern sehr gerne drauf hinabgeschaut. Als Industrie, Industrie, Weißbier, aber ich mag es trotzdem. Wir hätten den Zauber ausrüsten können. Kann man aber auch noch beim nächsten Mal. Ja, aber dann rasten wir, dann sind die Gegner alle wieder. Ja, stimmt, dann sind die Gegner wieder da. Das haben wir jetzt extra nicht gemacht. Wir hätten hier uns ja auch wieder voll machen können. Das ist smart. Sehr smart. Da gucken wir mal. Gefühlt schmeißt er gleich irgendwas. Ich falle vom Pferd und dann da... Ich frage mich, wie viele Leute wirklich denken, dass ich jemals Oettinger mochte. Ich frage mich, welche Leute überhaupt Oettinger mögen. Ich glaube, wenn überhaupt, habe ich eins getrunken vielleicht und auch nur, weil es mir geschenkt wurde von irgendjemandem. So, guck mal, Oettinger, trinkst du doch. Du wirfst gar nicht, du fängst jetzt schon an zu schießen. Okay, scheiße. Das denken wirklich so viele Leute. Ich habe noch nie Oettinger getrunken. Ja, vielleicht einmal in der Unizeit oder so, aber da könnte ich mich auch daran erinnern, da hatten wir 5 Nuller. Ja, genau, da hatten wir 5 Nuller, kein Oettinger. 5 Nuller war noch billiger. Schön aus der Dose. Haha, getrickst. Einfach durch oder machen wir den? Wie du möchtest. Ach, war schon. Du musst krass da einfach. Wow. Wie funktioniert Oettinger? Are you fucking killing me? Echt nichts? Da haben wir eine Menge Oettinger? Ja, aber da steht nicht Oettinger drauf. Das ist vielleicht von der gleichen Firma, oder? Ah, nice. Hab noch gezählt. Ist ja nicht die Marke Oettinger, aber ist vielleicht von der Brauerei Oettinger. Also nicht, dass wir auch jemals dachten, dass 5 Nuller wäre richtig gutes Bier, sondern dann war das Richtigste, was wir uns leisten konnten. Wobei vielleicht gab es noch welche, die günstiger waren, so zum Beispiel das normale Oettinger, aber da haben wir dann gesagt. Ich glaube, das war nicht günstiger, das normale Oettinger. Das kann sein. Wäre ja auch irgendwie dumm. Also diese 5 Nuller-Dosen waren halt wirklich die billigsten Püller, die man sich reinpfeifen kann. Aber die war noch okay. Also für die Preis-Leistung war okay, so. Ja, also stimmt, war immer noch besser, was passiert denn da? Als das Bier aus Plastikflaschen, das man im Alli bekommen konnte. Nee, Plastikflaschen, da habe ich die Linie auch noch als Student gezogen. Und drehe ich lieber gar nichts. Ja. Richtig. Hast du mir gerade den Witz gemacht? Ja, also zumindest wird mitgegeben. Oh, 8. Von diesen Linien müssen wir auch 100 haben. Ja. Wobei die gehen noch nicht? Das Crafting heizt gar nicht. Wir werden dieses ganze Spiel durchspielen, ohne groß zu craften. Ja. Ja, okay. Wir sind da beide scheinbar ganz gut drin. Okay, 5 Null ist nicht, Oettinger. Gerade kurz Wikipedia-Morbit. Dankeschön. Das haben erstaunlich viele in den Chat geschrieben. Was ist denn da passiert, Chat? Ich glaube, die wollten nicht reinlegen. Was soll diese Fake News rein? Oh, guck mal, eine Gnade. Nice. Was ist hier denn da? Ja, oder? Kämpfen bestimmt wie der Fraktion gegeneinander oder das? Ach, da unten in den Rüben ist das. Ja, kriegst du doch mal schön ruhen. Fri ruhen. Okay, also. Zauberchen lernen. Das ist ganz okay, aber in jetzt nicht der gelbe Form. Das ist halt zu nah. Wenn wir nah dran sind, benutzen wir unsere Waffe und nicht Zauber. Zauber sind für weit weg irgendwie. 5 Null ist Oettinger. Haben wir in Guter abgefüllt. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Doch, das kommt auch aus B.S. Was ist B.S.? Bullshit. Dankeschön, Schuppi. Ja, den Ansturm brauchen wir dann dementsprechend auch nicht mehr. Und sonst wollten wir, glaube ich, zaubertechnisch nichts mehr ändern. Ja. Das einzig blöde ist, dass wir halt für diesen einen Zauber einen anderen Katalysator brauchen. Ja, dafür müssen wir jetzt halt noch ein... Hast du gerade das Schild weggemacht? Das habe ich gerade weggemacht. Das Schild weggemacht. Okay, also Oettinger scheint scheinbar doch gebra... Also scheint auch das 5 Nuller zu... Wie heißt das? Befüllen. Was haben wir denn da? 114 ist mehr als 109. Ist das 5 Nuller dann einfach das Gleiche? Das Gleiche einfach in noch billiger verkauft? Ja, da wäre noch nie Oettinger getrunken. Wissentlich. Ja, aber das wäre jetzt tatsächlich ein absoluter Brain Fuck. Weil dann habe ich schon ganz schön viel Oettinger in meinem Leben. Das stimmt, dann habe ich das auch schon getrunken. Was ist das denn da? Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Oh mein Gott, das wird hier einfach durch die Gegend. Ah, lol. Und ich kann mal Fußball spielen. Ist das 5 Null nicht immer Überproduktion aus allen möglichen Brauereien? Hm. Was hier ist sonst nix? Hätte ich gedacht, hier hinter der Gnade, dass da auch Leute gestorben. Der Gegner werden. Ob man hier... Kann man auch mal ausgehen in einem neuen Gebiet. Nein. Da kommt man dicht hin. Schade, schade. Hallo. Jemand zu Hause. Ah. Ja. Ja, da ist jemand zu Hause. Oh oh. Er funktioniert nicht so ganz. Nee, bei dem gerade nicht. Aber der greift auch schnell an. Ich habe einmal zu viel. Ich dachte, ich könnte drüber springen. Schade. Wäre ja cool gewesen. Immer noch nicht? Oh. Na endlich. Das war zu teuer. Die sind doch safe tot. Wir hatten gesagt, dass die dann safe tot sind. Hm? Der Chat, weil die anfällig gegen Crit sind. Ah. Wir haben bisher immer so 9.000, keine Ahnung, 300, 9.400 Schaden gemacht. Nein, nicht partisch. Scheinbar hat der mehr Leben. Sehr gut. Peter macht die Shareplay-Sitzung neu. Finde ich gut. Wie ist eure Meinung zu Bier aus Norddeutschland? Ja, Süddeutschland kann das besser. Baxter ist halt so echt allerwelts Standardbier. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Jewe ist mit zu Herb. Weißt du, da machen die extra Werbung für, aber das mag ich nicht so gerne. Wie geht das denn aus Norddeutschland? Heineken? Heineken ist doch aus Holland. Heineken? Klar. Heineken ist aus... Ist das nicht sogar Amsterdam? Ist das nicht eine der... Aster? Stimmt, Aster ist ganz in Ordnung. Die zwei korretersten Biermarken. Flensburger? Boah, nee. Muss ich auch nicht haben. Trotzdem Norden. Also ja, komm. Was? Ist Holland im Norden? Ja. Ja. Der ist schon hingefallen. Ja, ja, ja. Ja, 9600 macht er. Also bei der ist... Viertel hat er noch. Der ist einfach mit 10 pro. Recht. Noch mal. Kann man das nochmal. Oh, stimmt. Peter spielt ja. Ja, dann hole ich mir was zu trinken. Er hat jetzt hier die Bier ist gesungen. Okay, wo gehen wir hin? Das Feuer sagt eher nach genau die andere Richtung. Und die Richtung. Das ist schon mal Sterne getrunken. Ist Sterne nicht so ein Bier, weil das dann mal gerne einen tanken gibt und auch eher so zu der günstigeren Variante zählt? Habe ich so im Kopf, aber vielleicht verwechsel ich auch gerade was. Na, Faxe auch auf jeden Fall. Genau, Sternenburger ist eines der billigsten. Ja, ich habe jetzt tatsächlich gar nicht so viel Erfahrung mit Ostbieren gesammelt. Ich wohne zwar ja natürlich im Osten Deutschlands mittlerweile auch schon seit fast drei Jahren. What the fuck? Ich glaube schon. Aber habe hier in Berlin ja den großen Vorteil, keine Ostbiere trinken zu müssen. Weil die hier alle ja auch, weil sie clever sind, bayerisches Bier haben. Das ist bayerisches Bier. Helles zum Beispiel, also Bayreuther, Augustiner, Tegernseer. Bist du hier? Ganz häufig in Berliner Bars und was daraus. Kiebseer seltener. Maxl Reiner habe ich noch mitbekommen. Maxl Reiner ist auch sehr gut. Vor allen Dingen, wenn du das dann immer frisch gezapft aus den großen Fässern, Chris. Das ist auch eine kleine Brauerei. Oh, da bist du die Saat, die wir brauchen. Oh, wie viel haben wir denn jetzt dann davon? Vier. Vier. Wir brauchen auch vier. Wieso habe ich ein Fünf im Kopf? Im Kopf? Vielleicht brauchen wir auch fünf, wer weiß. Vielleicht braucht auch mal ein anderer Charakter fünf. Also ich brauche Schäfer. Franziskaner ist so nicht mein Lieblingsweißier, muss ich sagen. Geht klar, aber nein. Was hast du denn da geholt, Christian? Portwein. Portwein, ja. Sehr gut. Tawnyport von Grahams. Grahams, 10er Tawnyport. Der leckerste Scheiße. Ach Gott. Das hat nicht funktioniert leider. Er hätte tot sein können. Drunk streamen, davor wird man nicht drunk. Kommt drauf an, wie viel man trinkt. Oh no. Klar, aber nicht von dem bisschen, was ich wollte. Oh no. Warte, oh no. Er hätte das hier zerstören können. Nein. Doch. Die ging kaputt? Ja, ja. Das kannst du, durch Gegner kannst du das zerstören lassen. Das wusste ich gar nicht. War das schon da drin? Items? Häufig Upgrade-Materialien habe ich jetzt so bei denen, die ich bisher... Also, Spielesteine und sowas. Okay, nice. Oh, aber ist kein Problem. Weil hier ist ja eine Gnade, wie ich jetzt feststelle. Schön rotfein mit Cola. Jetzt wird es aber richtig irre. Schäumt das da nicht so voll krass? Und dann bildet sich so eine schöne braune Schicht obendrauf. Die Amis machen keinen Wein. Oh, da warst du aber noch nicht in Kalifornien. Da gibt es sehr große Wein-Frau-Gebiete. Weißwein mit Wasser finde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt, so im Sommer. Also, die gute alte Weißweinschorle. Halt ganz klassisch. Das geht mal. Rotwein und Cola ist kalt für... Okay. Ne, Peter. Das wird nichts. Was soll die Scheiße? Jetzt hat er Bock. Ja, du teig. Ein Stück noch. Ein kleines Stück noch. Trinken Bier, regen sie auf ein anderes. Ich trinke überhaupt kein Bier. Ja. Das steigste Video ist aber nice. Wir brauchen wir da jetzt, oder? Komm schon. Achso. Wofür? Für die Finger. Du brauchst doch immer zwölf Steine von jedem. Ja, das stimmt. Kann sein. Ich meine, wir haben so viele Level letztes Mal gemacht, dass wir die 7 da schon durch haben. Aber das finde ich dann auch nicht. Kann sein, dass wir 8 verbrauchen. Leckere Jasmin Tee, das finde ich sehr gut. Ja, das finde ich auch gut. Tee trinke ich auch gerne. Ich hasse Tee, aber ich gönne es jedem, der es liebt. Okay, wir folgen den Gnaden. Ja. Die Gnade sagt in die Richtung. Das ist so ein Speicherstein-Turm, oder? Ich sehe da gerade vor allen Dingen so einen Luftballon erstmal. Darauf ging meinen Blick. Du meinst, ihn hier stimmt. Das ist echt. Wir sind jetzt hier direkt unten. Keine Ahnung, wie man da hochkommt. Wahrscheinlich gerade darüber oder irgendwo da. Ja, da hinten. Ansonsten ist das hier eine ganz schön freie Fläche. Hier geht es hoch. Ah, da oben rüber. Darüber. Nee, da geht es nicht direkt dahin. Zumindest sieht das nicht so aus. Aber da kannst du wieder im Hintergrund dann darüber, oder? Ja, genau. Da hinten dann über die andere Brücke würde ich auch sagen. Kurs. Puh. Das sieht alles ganz schön krass aus. Aber die Richtung dürfte nicht stimmen zu dem, was die Graces sagen. Ja, da ist auch noch ein Schloss. Für mich sieht das so aus, als würde das Grace sagen. Da, da. Die Richtung. Ja. Sollte man nicht auch Feinde von hier oben mal sehen? Ich meine, man sieht die Tiere da unten. Großer See. Ich habe schon wieder Drachenangst. Da ist den Feind. Man stimmt, Drachen. Würde mich nicht wundern. Dann hält sich hier alles ganz... Da ist noch ein... Ja. Schnecke. Ben. Okay, gucken wir doch mal. Let's go. Mehr als sterben können wir nicht. Ist Christian eigentlich für Füchsen zu haben? Äh... Füchschen für die Bräu... Ja, da sind wir sehr häufig. Die ist sehr gut. Also das Altbier ist wirklich super lecker. Da muss ich Christian zustimmen. Also, ähm... Auch so zum Essen gehe ich gerne. Schlüssel oder Füchschen. Gerne essen. Äh... Was haben wir denn noch? Schlüssel, Füchschen. Ähm... Komm. Das wird immer heftiger. Schumacher ist auch gut, ja. Sehr gut. Ja, ja. Geht der. Worauf kloppt der da? Bist du schon in einem Kampf, den wir irgendwie noch nicht mitbekommen haben? Komplett verwirrt. Ja, das klingt nach Drachen. Ach so, lol. Der hat wirklich schon auf den gehauen. Ne. Hä? Ach so, das war... Ja, war das. Scheiße. Was denn? Richtung 3 gehen wir. Gott, wir haben zu viele von den Diggern. Da kannst du doch schon mal wegmachen, oder? Erst mal finden. Ja. Können wir wegmachen. Da können wir wegmachen. Zum Tor, Alexander. Gott, bin ich blind. Mehr sehe ich gerade nicht. Tja, die werden irgendwo sein, aber ich bin blind. Untergrund vielleicht. Da ist tatsächlich noch einer. War da eigentlich im Untergrund die Gargoyles? Ich würde sagen, ja. Norderliner, Pilz oder Helles probiert haben auch eine gute Werbung. Ne, noch nie gehört. Tatsächlich. Haben wir zwei, gar ne? Was greifst du denn immer die an? Was haben die dir getan? Wenn du jetzt da reingehst, ist die Mimik wahrscheinlich weg. Ja, ist okay. Mülle des Geisterhofers. Mülle ist auch mal wieder eine Abwechslung. Das ist immer nur Katakomben gehabt. Ja, eigentlich will ich die gar nicht machen. Da habe ich gerade genau die gleiche Waffe wie wir. Das hat man nicht unsere Trainer. Stimmt, ich dachte, ich wäre schon weg. Eigentlich will ich den Weg entlang gehen, um die Karte holen, weil, jetzt haben wir ja gesehen, da ist die Karte. Aber ich finde den Weg ja nicht. Ist der höher? Ja, ich glaube schon. Scheiße, jetzt sind wir... Fuck nie, Alter. Ich weiß nicht, ob man den durch... Ach, das ist ein Drachen. Was ist er? Alter. Ja, was? Schaden ist okay. Frage, was er jetzt für einen Frostschaden macht. Scheiße, ich dachte, ich kriege ihm eine mitgegeben. Oh, er macht guten Frostschaden. Ja. Hallo? Meine Träne kommt nicht hinterher, Junge. Alter. Oh mein Gott. Der hat wehgetan. Jetzt können wir auch wieder was sehen, auf einmal. Borealis ist sein Nachname. Aurora Borealis? Zu dieser Jahreszeit? In ihrer Küche? Ach, das waren die besten Folgen. Jawoll, immer auf den Hals. Genau, die gedämpften Hochschäden. Unsere Arme Träne nur am Rennen. Oh. Es verwirrt durch diesen Baumstumpf. Hä? Wieso krieg ich das? Ich würde sagen, das ist... Oh. Hä? Okay, der hat irgendeinen um sich herum Zauber gemacht, den ich nicht gecheckt habe, leider. Ich dachte, den macht er nur, wenn er hochfliegt. Hm. Belastend. Hast du schon mal die... Die Altbier-Tour habe ich noch nicht gemacht. Nee. Aber... Ich sag mal, wir sind schon relativ viele Kneipen durch. Totgefunden. Zimo, das Haus brennt. Ja, wo waren das jetzt? Ja, obwohl du zu... Okay. Ja, ich bin schon weiter Richtung Süden gegangen. Frag mich, welches Ereignis auslöst, dass es hier eventuell ein bisschen nicht so windig ist. Alter, das hätte auch der Abgrund sein können hier, ne? Ja, echt? Der Drache mit seinen Flügeln, der macht den Nebel weg. Einfach mal Eiskaltruhe dritten. Was? Du hast dir jetzt auch keine Mimik gegönnt bisher. Ich weiß gerade generell nicht. War der Abgrund? War der Abgrund noch nicht weggegangen? War der Abgrund oder nicht? Ah, jetzt geht er weg. Oh, Schwanz. Verschließend. Mit dem Schwert sind wir halt echt scheiße langsam aufgefärbt, muss man sagen. Du machst einen Schlag und dann musst du den erst wieder auf die Schulter nehmen. Und dann wieder ausholen. Das ist irgendwie nicht geil, oder? Uh, I like it. Ich bin gerollt, du mieses Stück Arsch. Oh, das macht ja viel damage. Holy fucking shit, Alter. Oh, 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 oh. Okay, das ist ein Kultus. Also diese Folgen ist kann man theoretisch wiederholen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Das ist mir gefällt das. Aber das können wir nicht vom Pferd aus machen. Nee, da musst du für absteigen. Das ist der Schrei Das war der Schrei Der hat mich gerade auch gekillt Ja, aber ich habe gedacht, ich wäre weit genug Ich hätte gedacht, das ist halt nur im direkten Umfeld Aber Ja, da wo jetzt Party verlassen steht War früher der Button für Play ändern So eine Scheiße Ist das immer noch Pizza fehlt 2.0 2.0 Aber genau Das, was du meinst, hat Mon General schon recht Ja Immer noch Derjenige will ich Okay, ich connecte Der normale Drachenzauber ist vom Pferd aus Kasper Ja, deswegen dachte ich, wäre die Scharlach Nummer auch Aber bei Das ist die gleiche Animation Nur statt Feuer kommt Scharlach Aber hey Okay, das ist belastend Das wusste ich nicht, dass der normale Drachenzauber von da ausgeht Interessant Bin da gestorben, wo der nichts braucht Das ist ja krass gekitet Alter, wie auch direkt so gar keine Zeit verliert, weißt du Also ich mein, der wäre fightbar ohne Pferd, wenn der nicht so große Strecken zurücklegen würde Ich habe gar keine Mara mehr fällt mir gerade auf Ja, das nimmt ja alles weg Problem ist, die Mimik hat noch nichts gemacht Das heißt, sie hat komplett bei dir Ja, die reißt halt echt nicht so viel gerade Oh, das ist der Schrei Das ist der Schrei Oder? Nö Ne, das war unser eigener Schrei Unsere Mimik hat, glaube ich, den Scharlach Schrei gemacht Das ist der Schrei 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 Der ist aber doch nicht der Schrei Ich will halt den Drachenzauber nicht nutzen, wenn unsere Mimik nicht da ist, um den abzulenken Oh mein Gott Lass mich Tschüss Pferd Ja, will ich Ja, Moin, kriegt direkt nochmal Fett aufs Maul und das Pferd Daneben Oh, das ist jetzt der Schrei Ähm Ja Ne Ne Ich war aber trotzdem nah dran Fuck mir, Alter Äh, ja, schönen Tag Schlecht, schlecht, ganz schlecht Mimik absolut useless hier gerade Mimik absolut useless hier gerade Da ist er wieder Hört sich nach Schrei an Oder auch nicht Jetzt hast du mich eingesteckt Paranoider Peter ist auch auf jeden Fall Das ist der Schrei Das ist er wirklich Gucken die an Das war Ja, okay Das war wirklich Das war auch unsere Mimik Läuft Nice Oh, scheiße Noch ein bisschen Disrespect hinterher Das ist okay Ein Drachenherz Und ganz schön viele Seelen Holy fuck, Alter 139.000 Okay Ja, wäre ganz cool Wenn es jetzt überall so klar bleibt Dann, ähm Was sag ich so? Ist das eine Höhle? Ach ja, klar Da haben wir ja Da gehe ich jetzt auch rein Um kurz zu leveln Mit 130.000 Seelen Ja, auf jeden Fall Wieso waren das unsportlich, Monte? Was war das unsportlich? Ja, richtig gut gemacht Hab ich denn Stufenaufstieg Monte, bester Pudding Monte Schon lange nicht mehr gegessen Das waren die Die auch diesen Schoko-Vanille Also diesen Wie hießen das noch? Ähm Die waren nicht schlecht Aber die waren maßlos überteuert Meiner Meinung Ja, die sind arschteuer Diese Genau, diese Hasel Monte Genau Von Zott Die sind das Jojojo, stimmt Die waren schon echt Die sind echt Eigentlich gibt's Aber die gibt's Über die Gabe Bei uns mittlerweile Weil die so teuer waren Richtig ganz früher gerne gegessen hab Dann aber auch von der Aldi Marke Äh, das sind die zum Umknicken gewesen Fruchtzwerge? Ne, ähm Fruchtzwerge Fruchtzwerge Fand ich immer super Die sind ultra lecker Das Problem ist Mit einem Habst Und Das viel zu klein Das war beim Monte aber auch so Joghurt mit der Hegel Ja, genau Am liebsten hier Bananenjoghurt Mit den Schoko Äh Flakes Boah Das bestimmt schon 15 Jahre her Das habe ich auch gegessen Mal Als Kind Gab ich die auch zwischendurch mal Schoko Ja, genau Oh Gott Ich bin ja komplett Oh, jetzt habe ich Bock da drauf Wenn ich morgen einkaufen fahren Muss ich mal gucken Ob ich so ein Ding finde Wie sind die Essenssituationen bei dir eigentlich? Ich habe gerade Thermomix gehört Das heißt, es ist püriert worden Naja, das ist ja schon mal Ein gutes Zeichen wahrscheinlich Ja Hm Ist das Marikos Kirche? Chris geht morgen einkaufen, Lulia Ich gehe samstags immer einkaufen Oh krass Samstag oder Dienstag oder Mittwochs Ich gehe morgen auch einkaufen Oh nice Also Wir werden Sowohl kriegen wir eine Lebensmittellieferung Als auch ich gehe einkaufen Weil Wir machen Sonntag Äh Ein Krustenbraten Und den will ich tatsächlich Den aus Buch? Äh Der hat fast die höchste Der hat die höchste Wertung Ja, das müsste der aus dem Buch sein, ja Alter, kannst du bitte mal gucken Genau Ob wir eine Flasche mehr mitnehmen können Und ein Plus wäre auch gut Aber den Krustenbraten Das Stück Fleisch will ich mir nicht liefern lassen Das will ich mir lieber selber angucken Wenn ich mir das hole Klingt aber geil Wir gehen morgen essen Ach gut Ich freue mich auch drauf Oh nice Aber jetzt brauchen wir wahrscheinlich fünf Melina ruft an Echt? Das habe ich wieder nicht gesehen Melina ruft an Melanie Ah ja stimmt Die macht ja hier immer Lor-Shit In Marika's own words Hark Brave warriors Hark Hark My lord Godfrey Hark Let a new epoch beginn An epoch glistening With life Brandish The Elden Ring For the age of the earth tree Also Hark habe ich tatsächlich nie gehört Horchen heißt das Das ist echt schon wirklich wirklich lange her Hier geht es auch gar nicht in die Richtung weiter Früher ne also wirklich wirklich früher früher Kazaar Emule Das war schon Das Emule nicht irgendwann mal E-Donkey geworden Ja E-Donkey Stimmt Sagt mir auch was War nicht erst E-Donkey Dann Emule Oder umgekehrt Kann auch umgekehrt sein Da ist alles Später meine ich Echt Hätte ich jetzt gesagt Aber für Ja das ist alles nicht so Später war es ja nichts Nicht Aber irgendwie Sag mir das Was Also nicht viel Das war immer noch ICQ-Zeiten Genau So Napster So ein Kram Ja war E-Donkey Habe ich benutzt Da habe ich noch nicht ICQ genutzt Ach diesen wieder da Ja moin Freunde Ich versuche mal hier durchzukommen Wie ein Kählick würde ich sagen Vielleicht hätte ich doch den Sprung nach oben nehmen sollen vom Wind Einzige was ich kenne war die Piratenbucht Das kenne ich zum Beispiel gar nicht Das ist ja auch immer so ein Meme-Ding Von wegen hier Hulu, Netflix, Disney, Blabla, Piratenbucht Das habe ich nie mitbekommen Habe ich auch nicht benutzt Tatsächlich Okay Spiegelgefängnis Ja gibt dir Peter Blick drauf werfen Nicht Einige davon habe ich tatsächlich One-Hit One-Hit Best-Trike-Ware One-Hit-Ware 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 Wirklich Inzige Na agil Einfach drauf Ist dann wieder weg? Stimmt da haben wir irgendwie schon mal was ne? Ja, von dem haben wir ein Auge Oh fuck Kommt da irgendwo? Kommt der runter? Naja, der hat sich nur gebacken Okay, du machst der Meine L2 ist viel zu langsam Also Als er sich gerade gemacht hat, hätte man ihn wahrscheinlich hauen können, aber das weiß man Natürlich Oh 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 Ja, 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 ja Als ob der mich damit getroffen hat, ich war hinter dir Du wirst halt auf jeden Fall Schaden bekommen Durch die Verzauberung Okay, fuck you Der Anfang vom Kampf lief super, danach wurde es echt scheiße Mal wieder ein bisschen damage, aber er ist auch super schnell Ich glaube, ich kann den gut staggern Oh mein Gott, aber er ist auch super schnell Ah, belassen Du hattest halt leider kein Ausdauer mehr zu dem Zeitpunkt Ja, richtig Also du musst bei dem, glaube ich, aggressiv sein Um den die ganze Zeit zu staggern Und dann Weil wenn du die ganze Zeit nur in der passiven Variante bist, ist scheiße Ja, das kannst du jetzt auch mal testen Während bei mir mein Getränk ein bisschen drückt Und ich deswegen mich nochmal entschuldigen muss Viel Glück Ob der schon die neuen Strompreise gesehen hat, keine Ahnung Wenn der spawnt, ne Einfach nur mal zu probieren Wait, warum nur einmal? Oh, kein Mana Ich hatte zu wenig Mana, weil ich mich gebufft habe Back, back, back Du mich, das ist auch Ich dachte, ich kann einfach cool sein und einfach weitergehen. What? So weit hast du auch drauf? Ne. Ich brauche mal kurz ein bisschen. Ja, genau so weit. Komm, komm, komm. Okay, jetzt gerade nicht. Weg, weg, weg. Oh, das war zu spät, oder? Gib ihm! Jawohl. Kein Problem, der Tür. Hier, ich beklatsche mich selber. Weiks Drachenblitz haben wir bekommen und noch diverse andere Sachen, die ich mir jetzt nicht mehr angucken kann, weil das Spiel uns automatisch zurückschickt. Der Drachenblitz sah geil aus. Ich befürchte, aber es war ein Zauber. Blitz klingt eher nach Dornens. Ne, was hat er gesagt? Drachenzauber oder so was? Stärk den Körper und die Waffe in der rechten Hand. Oh, das können wir, glaube ich, nicht. Das würde mich mal interessieren, was da passiert. Was haben wir jetzt noch bekommen? Hast du ihn einfach weggeklatscht? Die Rüstung. Hallo? Oh, ich bin gemütet. Weil wir haben doch Weik schon mal bekämpft als hier Invade. Hast du ihn einfach weggeklatscht, oder was? Ja, klar. Aggressiv. Du kannst halt, wenn du ein bisschen Distanz hast, der ist so aggressiv, dann fängst du einfach schon mit der L2 an und ein bisschen Glück ist da drin. Und wenn du die zweiten machst, wird er nach hinten geworfen. Ah, Meißenstein. Wir haben den Zauber von dem bekommen, aber noch irgendwelche anderen Sachen. Nur leider habe ich das nicht sehen können, weil das Spiel uns schon zurückgeschickt. Also, naja, okay, du bist eh schon am Suchen. Also, die haben wir im Zweifel sortieren nachbekommen. Seid es smart. Ey, wie hünderte noch mal. Blinkere Stick reindrücken. Ah, ja, die Fingerabdruckrüstung ist es tatsächlich. Eine von den Fingern versenkte und mit Blasen bedeckte Eisenrüstung, getragen von Vaik, dem Ritter der Tafelrundfeste. Kein anderer Befleckter war dem Thron des Elbfürsten näher als Vaik. Jedoch stieg er ohne jegliche Vorwarnung weit unter die Hauptstadt hinab und wurde von der rasenden Flamme versenkt. Da, wo wir nicht reingegangen sind, glaube ich. Da ist die rasende Flamme. Wo wir nicht reingegangen sind. Wir sind ja auch unter die Hauptstadt gegangen und haben da das Mal von Morg, oder wie der hieß, gekillt. Und dann haben wir ja den Geheimgang geöffnet. Und ich glaube, dahinter ist die rasende Flamme. Traf Vaik seine Entscheidung für seine Jungfrau oder hat ihn eine andere Macht mit Suggestionen gelockt? Ja, wer weiß. Oh, hat der das gemacht, was der komische Typ mit dem anderen Hut dem vorgeschlagen hat? Scheinbar. Nicht deine Jungfrau opfern, sondern dich selber und ist dabei verrückt geworden? Nee, also wenn wäre er doch verrückt geworden. Warte mal. Traf Vaik seine Entscheidung für seine Jungfrau oder hat er eine andere Macht mit Suggestionen gelockt? Hm. Aber der wurde doch unten von der rasenden Flamme versenkt. Genau, weil der Dude dem gesagt hat, nicht deine Jungfrau opfern, sondern nimm die rasende Flamme an. Das hat der Dude uns ja auch gesagt. Ach so, das. Ja, stimmt. Okay. Er ist ins Finanzamt gelockt worden. Das ist jetzt böse, ja, okay. Dankeschön, Hapeko für 40 Euro Drehkälte vor vier Minuten. Dankeschön. Danke. Und viel Erfolg und dass es bergauf geht bei deiner aktuellen Trennungsphase. Also wir haben Rüstung von dem bekommen. Wahrscheinlich. Also die komplette Rüstung, also das komplette Set. Das müsste sogar hier sowas sein. Ja, Fingerabdruckhelm. Ja, das ist auch immer so geschmolzen. Stimmt. Oh, da lief ja wohl nicht so weit gut ist. Ja. Ist ganz okay, aber auch relativ schwer. Ganz nice. Ja, dann. Zum Leveln? Ja. Was macht ihr? Euch wieder Melanie? Puh. Keine Ahnung. Ich denke, das wird sehr situationsbezogen sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir uns das Rani-Ende mittlerweile auch freigeschaltet. Also die Quests haben wir noch gemacht. Also ab dem Moment, wo wir, also nachdem wir die Quest beendet haben, können wir auch das Ende nehmen. Ja. Mindestens das Standardende und ich weiß nicht, ob wir noch mehr machen können, aber das sollte er uns jetzt auch nicht sagen. Bei 40 glaube ich ist schon so ein Punkt. Also ich finde auch 40 glaube ich ist nice. Kommitten. Okay. Nächster versucht, da hinzukommen. Naja, und dann nach Süden. Ja, würde ich auch sagen. Wischen wir mal da. Machen wir mal da. Auf 2-1. Hast du die alle gefunden? Naja, 5 nicht. Ich weiß nicht, wo die 5 ist. Wahrscheinlich auf der Tafelfeste. Naja. Da oben sieht doch gut aus, oder? Was ist hier wo das? Hier jetzt tatsächlich alles weg ist. Da hinten, bei der Brücke. Ja. Du kommst halt bei den ganzen blöden Riesenhunden vorbei. Ja gut, man muss Opfer bringen. Ja, oder schnell sein. Aber hier ist ein relativ großes Plateau. Ja, da bin ich hochgesprungen, da ging es zum Spiegelgefängnis. Da geht es natürlich noch weiter. Da geht es noch zu dem Turm, zu dem großen. Zu dem da, genau. Da hinten zu dem Turm. Also das ist wahrscheinlich dann halt optionaler Bereich. Wenn man nicht hinführt, da kommt man noch rüber. Da muss man nicht rüber. Da müsste die ganze Landmasse mit verbunden sein. Oh, nenne ich sie nicht. Ah doch. Doch, ist sie wohl. Ja. Da ist doch der Ballon, den du gesehen hast. Mhm. Musste man nur einmal irgendwie anzaubern, nimm? Ja, genau. Stimmt, und da waren auch die Dinger. Aber ja, das passt ja auch wieder thematisch, weil die schützen Magier. Das sind Magier-Schützen. Also nicht Schützen, sondern die sind Helfer. Oh mein Gott. Okay, das hat gesessen. Ja, ist ja okay. Ohne bekommen. Tschüss. Ein Rätsel. Oder? Ja, wahrscheinlich. Und was haben wir denn da? Fallender Schnee enthüllt unsichtbar. Ah, okay. Das heißt, irgendwo fällt Schnee drauf. Sehr gut, dass Christian das jetzt nicht so hoch aufgelöst sieht, aber da müssen wir mal jetzt ein bisschen drauf achten, wo denn Schnee drauf fällt. Was hier sieht komisch aus? Was ist denn? Was hast du? War noch nicht, war Probe. Ja, moin, alter. Warum? Kann man schon mal ein bisschen reinspicken? Krass. Versuche ich die ganze Zeit auf Schnee zu achten, das macht mich irre. Aber ich laufe jetzt einmal rum. Unsichtbares. Okay. Probe. Voll geil, wie er hingefallen ist. Wo kommen die die Schritte her? Drinnen? Ja, weiß ich auch nicht. Also hier sehe ich nix, wo Schnee drauf fällt. Ja, weiß ich. Irgendwo hier? Ach, das hat mich doch gesehen. Na gut. Für das Rätsel habe ich bestimmt vier Stunden geworfen, nachdem ich geschrieben habe. Frost-Town-de-Bowling. Ich frage mich halt, wie gut man das aussieht, weil laut Chat sieht man das richtig scheiße. Diese Schneeflöckchen, die hier runterkommen, ja, also. Ist das eher so offen irgendwo rum? Oder kann das auch hier an so einer Kante sein? Gehen wir mal gucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass es halt eine unsichtbare Brücke ist. Also irgendwo, wo man dann halt entlang gehen kann, weil ich habe gesehen, dass es auf jeden Fall in Elden Ring unsichtbare Brücken gibt. Also unsichtbare Wege. So wie bei Dark Souls 1 in der Kristallhöhle. Weißt du? So was gibt es auf jeden Fall in Elden Ring. Aber Gibt es das vielleicht hier zum Hochspringen oder so? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern uns das helfen könnte, in diesen fucking Turm zu kommen. Ja, aber irgendwie sowas müsste es ja sein, weil ansonsten wäre ja die Alternative, dass irgendwo unsichtbar ist. Da musst du schlagen. Vielleicht kommst du über dieses unsichtbaren Weg. Hast du da links gerade? Genau, da siehst du diese jetzt rechts siehst du diesen den Balkon. Genau. Aber ich sehe keine unsichtbare Brücke. Oder von der anderen Seite, wo die Brücke kaputt ist. Können wir jetzt von hier natürlich gar nicht sehen. Ja, genau. Aber keine Ahnung. Dann müssen wir nochmal hier einmal außenrum reiten. Ganz mal kann da außenrum. Wahrscheinlich schon. Doch, das haben wir uns ja einmal angeguckt. Ja gut, kann ja nicht schaden. Okay. Eine eigene, also eine unsichtbare Brücke habe ich selber mal gefunden. Aber nur, weil da super viele Nachrichten drauf standen von Online-Spielern. Du siehst die unsichtbare Brücke also nicht. Nein, ich meine, wir könnten aus der Entfernung nicht sehen, ob da Schnee liegen bleibt oder nicht. Kann schon was los hier? Da sind sie, da sind tatsächlich schon Nachrichten. Ja, da sind Nachrichten. Was für Wichser? Ich bin gerade überlegen, wenn man da gerade drüber rennen muss, wäre cool, dann kann ich einfach weiterlaufen. wenn da so ein Springding ist und die Das ist auf jeden Fall nicht die gleiche Höhe, hätte ich jetzt gesagt, aber wir müssen, ja, keine Ahnung. Aber ich sehe hier nichts, wo die Schneeflocken drauf fallen. Doch, da. Da ist es kurz gesehen. Das ist gerade auslaufen. Augen zu, durch! Aber, jetzt links, oder? Gleich links. Das stimmt. Hier ist auch ein Totenschädel, der irgendwas markiert. Aber das mit dem Schnee ist doch gar nicht zu erkennen. Also wirklich, der fällt nirgendwo drauf. Das Problem ist, ich, ich, ich stehe jetzt hier auch an einem Punkt, wo ich sagen würde, Ja, von direkt zum Schädel. Von hier aus direkt zum Schädel laufen. Straight hätte ich jetzt gesehen. Ja. Ja, ja. Ah, hier ist wieder blau. Du siehst es nur über diese blauen Dinger hier. Oder was das ist? Weil jetzt musst du ja links zu den Nachrichten. Geradeaus sind auch Nachrichten. Geradeaus ist auch eine Nachricht. Das sind auch Nachrichten. Aber jetzt sind die nicht am... Nee. What? Ja, du musst ja dann links rumgehen, um da oben reinzukommen. Da siehst du es jetzt auch mit den blauen ganz gut. Da, ja, links, links, weiter links, ja. Nice. Nice. Moin. Übertreiben aber auch mal wieder komplett, ne? Schild kann ich da bei denen immer empfehlen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ja, okay. Elfine? Ich glaube, es war ein Vögel. Also nochmal, so ein Zauberstein wäre gar nicht so verkehrt, weil noch einen Zauber mitnehmen können, fände ich gar nicht so kacke. Ja, aktuell haben wir doch wieder mehr zur Auswahl. Ja. Oh, Leute, als ob. Mieses Schöhe. Wo wir gerade beide gleichzeitig als ob gesagt haben, letztens in CS-Kommentaren gelesen, dass Sepp wohl unverhältnismäßig häufig eigentlich in jeder CS-Folge sagt, gib dir mir einfach einen Header. Ja gut, ne? Aber kassierst du ja auch häufig einen. Ja, aber tatsächlich habe ich da, als wir gegen die Monster gespielt haben, auch... Da darfst du nicht drauf achten. Doch, wenn du drauf achtest, ist das sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Ja, okay. Dann gut. Ich meine, sowas haben wir natürlich alle, das ist mir gerade eingefallen. Der sieht geil aus. Er schafft eine dunkle Sternenwolke über den Zaubernden, aus der sich kurz darauf ein gewaltiger Wolkenbruch hergießt. Diese Zauberei kann in Bewegung gewirkt werden, natürlich, und lässt sich durch Aufladen noch verstärken. Angeblich ist dies der Zauber, aus dem die Schimmersteinzauberei entstand. Ah, einen flüchtigen Blick des Astrologen auf die Urströmung nahm ihr Machtgestalt und der Bernstein der Sterne prasselte auf dieses Land. Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, ja auch. Aber er ist ein Zauber mit Faith, ne? Ja, Quatsch mit... Weißheit. Ja, Weißheit. Kein Speicherstein, leider. Ja, aber gut. Hätten wir das auch geklärt. Wir sind auch wieder auf der richtigen Seite des Flusses. Das heißt, wir können wieder Richtung 1. Jetzt würde ich sagen, Straße folgen, ne? Da ist ja auch, wenn man die Straße vollkommt, auch die Map irgendwann. Finde ich immer einen guten Motivator. Halt. Ich sage, momentan ständig schwierig. Das hatte Sven mal bei uns. Er hat dauernd schwierig gesagt. Mh, schwierig. Das haben wir natürlich auch immer ein bisschen gesagt. Aber das ist schon aufhörig gewesen. Ich sage mal, Alter. Warum? Und belastend, sage ich auch, dauernd stimmt. Ich sage mal, wie es ist, aber so kommen wir da nicht ran. Dann nicht. Warte mal. Ja, für so eine Rune jetzt auf den Bogen wechseln. Okay. Okay. Mein belastend hat tatsächlich mal zu einer unangenehmen Situation geführt, wo ich bei WhatsApp als was nicht geklappt hat, mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, hat was nicht geklappt. Und da habe ich einfach geschrieben, belastend, einfach so nach dem Motto, ja, ist halt dumm gelaufen. Und dann kam das aber so an, als... So enttäuschend, oder wie? Ja, als wäre, als wenn ich das sehr ernst richtig scheiße finde, dass das die Person nicht hinbekommen hat. Weil diese Person nicht wusste, was belastend in dem Zusammenhang bei mir immer ist. Ja. Ja, da musste ich mich dann erst nochmal erklären. So kann Kommunikation auch mal schieflaufen. Das klingt nicht gut. Ja, moin. Ja, das war belastend, Chef. Ist auch direkt, Chef aufgefallen, bei Pen & Paper, falls ihr das gesehen habt. Ich habe mich dann direkt damit aufgefunden, dass ich so häufig belastet bin. Nein, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Okay. Okay, das wird hart. Looks like, einfach durch. Aber da war eine Karte, es ist im Zweifel... Ja. Das ist noch ein Stück. Hello, my friend. Aha, aha, ja. Ja, da kann man auch eine schöne... Ja, da, oh nein. Das brauche ich mal kurz. Ja, Schwerschlüsse kann man schon mal mitnehmen, kann man aber einfach snangen. Das sieht doch ganz schön weiter aus. Das ist noch mal so eine kleine Burg. Wie steht da gut? Okay. Das ist eine Kette? Das ist eine Kette? Das ist eine Kette, was soll da schon passieren? Und jetzt kommen die ganzen toten Riesen. Was ist das? Wir hoffen mal tot. Das ist der Weg, den wir von unten gesehen haben. Das ist der Weg, den wir von unten gesehen haben. Sehr gut. So, Osten. Jetzt höre ich her. So. Pfff. Ja. Aber ich frage mich, ist hier wirklich was? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber da. Ich glaube, da müssen wir hin. Da können wir was ins Feuer schmeißen. Meinst du? Ja, kann gut sein. Sieht so aus. Ich glaube, die zeigen auch irgendwie so. Die zeigen so. Mhm. Die wird wahrscheinlich irgendwo nochmal hier hingehen und dann geht's da hin. Da ist auch, vielleicht ist es eine Kirche, wer weiß. Den hier können wir wegmachen. Lüft den Elden Ring ins Feuer, ja genau. Oh, jetzt kommen auch tatsächlich Riesen. Ja, aber das ist nur so ein kleiner Riese. Aber kennen wir den? Ja, der sieht aus wie der Riesen. Oh, stimmt. Stimmt, du hast recht. So Yeti-Style. Hallo. Ja, ich brauche dich jetzt gerade irgendwie nicht nochmal. Da ist eine Hand. Und auch der Rechts, da ist eine Hand, da rechts. Ja. Wir sind schnell. Oh mein Gott, da ist noch eine Hand. Okay, ich weiß nicht, was da gerade gestorben ist. Oh mein Gott. Äh, wenn wir nur kurz gucken hier, Leute. Oh lol. Try Finger Battle. Ja, die sind aber echt alle so aufgespießt worden. Was bist du denn? Ach, das trifft wieder der Raben. Da kommt aber auch echt alles. Ohne Witz. Da hast du wieder so ein Kopf. Aua. Warte, du musst ein bisschen die sputen. Da will ich rein. Okay, da komme ich so einfach nicht rein. Schwierig. Ähm. Wie grob war. Okay, das ist eine der größeren Hände. Riesenhand. Das könnte man sein. Größte Hand. Aber das war eine Attacke. Wie viel Leben hatten der? Kann es auch fasten. Ich wollte einfach mal gucken, weil der so kommt. Wir können dann schon viel. Da bist du hingefallen. Was machst du da? Okay. Oh. Was ist das? Hat mir kurz ein bisschen leid getan, muss ich sagen. Ja, mir auch. Was war das denn? Wir tun Gegner nie leid bei Dark Souls. Außer Sif natürlich. Der arme Vogel. Der hat angefangen. Der hat einfach weggehen können. Die Gnade zeigt sich tatsächlich schon dahin. Ja, stimmt. Hier kommt noch mal so ein... Oh, mach. Einer hat geschrieben, Schloss Norden, wichtig, bevor ihr weitergeht. Stimmt der Chat? Ist das wirklich wichtig? Schloss Norden. Also wichtig, wichtig? Schloss Norden? Also das da. Ihr meint das, oder? Okay, Chat sagt es wichtig. Pass auf, dann gehe ich erst da gucken. Oder willst du? Ja, pass auf. Nee, äh, dann würde ich... Wir sind hier gerade an der Gnade, Peter. Mhm. Und dann hole ich mir mein Süppchen eben. Ach so, ja, okay. Dann übernehme ich. Dann kannst du dich entscheiden. Ja, okay. Nicht auf Party verlassen, drücken. Okay, Chat. Wir vertrauen euch dann jetzt mal, ne? Ich hoffe, das werden wir nicht bereuen. Wie gehen wir denn da am besten hin? Für den hier vielleicht. Ach so, noch weiter im Norden. Das ist nicht das richtige Schloss. Okay. Ihr meint das? Ah. Okay, das wirkt so, als wäre das wirklich wichtig. War das wichtig? Ich vertraue dem Chat jetzt mal. Also, die meinten... Es war ein anderes Schloss gemeint, als wir dachten. Das ist nämlich dieses Große hier gemeint. Ganz im Norden. Danke mal, da müssen wir hier den Fluss entlang gehen. Und dann rechts vielleicht aber auch nicht. Das muss ich dann mal herausfinden. Danke. Ja, guten Appetit. Was ist das für eine Suppe? Kohlrabi, Möhren, Ingwer. Aber ich sag mal, Fokus auf Möhren. Hm. Ja, Netrunner plan ich schon. Aus Vulkan. Aber da hinzukommen ist halt... Wenn man den Teleport nicht hat und da hinläuft, dauert's ein Stückchen. Das sind so PvP-Hütten eigentlich. Also so Invade-Hütten. Wanderjungfer. Jungfern machen sich aus unterschiedlichen Gründen auf die Reise durch das Zwischenland. Manche suchen eine Audienz bei den Fingern. Andere den vom Schicksal aus Erwählten befleckten, der dringend ihrer führenden Hand bedarf. So spät kann ich nichts mehr essen. Das ist jetzt selbst für dich spät, oder? Normalerweise ist es so zwischen neun und halb zehn. Ich hatte gehofft, dass wir hier hoch können. Scheiße. Oh. Okay. Okay. Dann machen wir es so. Können wir auch gerade Cordon Bleu. Ja, moin. Ja, geil. Ein richtig gutes Cordon Bleu ist halt auch schon so richtig nervös. Das bestellt. Also wenn ich meistens im Restaurant sehe, es gibt irgendwie Cordon Bleu mit Bratkartoffeln oder so, oder hast du mich? Ach guck mal, so einer wieder. Schön. Und wem wurde jetzt? Die letzte Begiftung mit dem Beirutbach. Das ist ein Problem jetzt. Wo ist der Scheiß? Da. Oh, fuck me. Du bist zu hoch. Ja, da schaffst du. Oh, da ist er. Lass her, Mann. Oh, da sind einige gestorben. Allerdings. Ich bin überrascht. What? Okay. Ja, der hatte immer schon viel Leben. Okay. Nein, trink doch! Hast du auf die Sneke gegangen bist, Fairman. War das Fairman? Nein, nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jawoll Heiß Helfensspitzturm und eine Todeswurzel natürlich Großschwert War schon da, mit Großschwertern Ich bin Ich finde das ist immer am einfachsten Weisheit Fantale Geisterflammen Oh, das sieht geil aus Ein Großschwert nach dem Vorbild Von Helfensspitzturm Der die Toten der Geisterwelt Mit seinem Licht leitet Dieses Licht ähnelt der führenden Hand Der Gnade, aber angeblich können es Nur die sehen, die in einer Schlacht Gefallen sind Ja, können wir natürlich nicht machen So, ein bisschen kürzer als unseres, oder? Aber auf die Größe kommst du nicht Auf die Reichweite schon Ja, das stimmt Was bimmelt denn? Achso Hm Dann sind da unten auch diese kopflosen Rinner Die waren gar nicht so schwach Wenn die jetzt auch gebufft worden sind Hier ist ein Summoning Pool Wieso? Ja, komm Leu Falsche Taste Leu Den habe ich in Kelet getroffen Er hat Löse Attacken Mimik, mach Mimik, mach Oh Gott Hä? Rein gelegt Ja, aber ich bin hardcore Rein gelegt Jawohl Schalach Okay Lass doch vielleicht nicht Auf den Pferden kämpfen Ach mein Gott Ist aber gut jetzt Ich bin zu langsam Ich bin zu langsam Oh Also Auflade-Dinger sind natürlich immer toll Oh Scheiße Ich hätte es gesagt Du brennst Aber es war Frost Es war Frost Bist du noch am Essen Oder bis Nee, ich bin fertig Okay Ich try den auch Dann habe ich länger gespielt Als ich dachte Oder du schneller gegessen Als ich dachte Ich habe das nicht so lange gebraucht Oder aber gleich sofort Wir wechseln Wir waren Ja Wenn du den machst nicht Wir waren Recht nah dran Vom Leben her Und läuft Wie er instant Da ist Sehr schnelle Schläge Hat der Das war's mit unserer Träne Erstaunlicherweise ganz schön schnell Oh no Das war aber nice Ihr habt eure Köpfe zusammengeschränkt Umgedreht Dreck ins Gesicht gehauen Der ist echt hart Möchte aber auch nicht Also da hat die Mimik gerade sehr viel gefressen Ohne Witz Dankeschön 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 fast feuer fast stand ja die mir geben die ganze zeit sind gestanden der bereichheit stark gegen den was guck mal wie viel schaden das macht weniger als l2 habe ich zu spät gesteckt wie ich habe es auch so her machte das ja genau das war bei mir gerade vorsicht forst feuer schade auch vielleicht müssen was der weisheit ein ritual sperr der priester aus alter zeit denen die todesvögel zugang zu ihren nestern gewährten durch das todesritual wurden die priester zu wächtern der vögel dieses ritual ist gleichzeitig ein eid ihrer fernen auferstehung ja genau aber hier noch nicht direkt ein feuer gefunden interessant ist tatsächlich dass die hütte hier eingezeichnet ist weil da war ja gar nichts vielleicht ist da auch ein npc die mir da bis da noch nicht gebracht haben stimmt das kann gut sein immer ist noch wach immer es ist mitten in der nacht ok im ring ist eine ansage machen wie wird denn so mit einem grace 108.000 runen ich bin ich mir ist nichts zu tun der hund ist normalerweise als letztes hier ist nur um 11 noch mal so ok jetzt geist bisschen kondition könnte auch nicht so schaden oder ja kann jetzt erst so kann es sich ja auch nicht schlecht das stimmt allerdings ich mach mal schärflein neu wir können das ding ja mal runter holen und gucken was wir da drinnen machen wir klar welches er kommt man da duplizieren kann man neu diesen ich habe am anfang gedacht man müsste alles abschlagen aber irgendwie manchmal machst du so zwei füllen und dann kommt das ding schon runter hat er auch diesen anruf wo der so schwung holt ist wo hin geht dann eigentlich die glocke sehr gute frage ja das sind auch welche die wir schon verbraucht haben die jetzt hier auftauchen welche davon geben die meisten seelen haben wir die wirklich alle schon benutzt ja wobei die brauchen wir gar nicht alle nicht die habe ich alle mit dem zauberer benutzt gleich alle 30.000 die geben alle 30.000 gut dann muss man sich dazu mit radarn 40.000 ihr wollt das beruhigen machen ja also brauchen wir noch items von denen hat da noch jeden fall nicht mehr da nicht renala nicht da hat mir schon nachgeguckt der erste typ der gibt uns dieses bastards ding oder sogar das auch für zauber die ist sowieso für zauber das beweis hat zauber kommt wir machen hier einfach mal da er kann sich hier nur einmal benutzen das haben wir radarns geiler stern geist jetzt brauchen wir noch 2k der 2100 hier gegen die glocken aus ja ich habe ehrlich gesagt noch gar kein echo dupliziert in meinem anderen play through oder einzelne konditionen sieht das schöner aus ja schon die schweren ritter schritte gehört hier drin du könntest jetzt mal gucken ob wir eventuell noch mal rüstungstechnisch irgendwas ändern können die rüstung könnten wir uns gönnen die ist ein bisschen besser die könnten wir uns auch können die ganze noch kein voll das ist passiert ich habe auf die gewechselt ja ja unser kopf ach so ach okay ach das ist ja stylisch der schmuck vielleicht noch gucken ob es ja okay ja komm mal da ist doch mal fashion souls gar nicht so schlecht ich frage mich ja das ich frage mich nur gerade gibt es noch rüstungen die hier so den ganzen glaubenskram den wir machen verstärkten anrufen ach so du meinst weil es gibt ja also ich habe sowas ich habe mittlerweile hüte gefunden für meteoriten zauber für stern zauber für dornen zauber aber das machen häufig kopfteile er aber das problem ist wir brauchen die akane energie ja auch mal hier glaube ein glauben mehr durch den steht wir brauchen die akane für die drachenzauber die wir benutzen weil sonst verlieren wir drei drei und wir brauchen 15 prügel husa ja genau dankeschön enchanted ah ja nein verdammte scheiße das ist mir jetzt aufgefallen nutzt denn die mimik eigentlich auch wenn die den schild weg steckt das zauber ding doch der genau gesessen ja auch ok da hat er mich fertig gemacht haben nur einen flügel 2 ist falsch überliefert schloss so ja das würde problem gefallen was denn das heißt schloss so wie unsere sonne das heißt jetzt verunterbrochen da kommt jetzt weiter das hat gar keine Nein, das war sehr ärgerlich. Der Zeitpunkt war ärgerlich. Allerdings. Jetzt weiß ich auch, warum man die Mimik rufen kann. Also zwei von denen sind schon sehr aggro. Richtig übel, ey. Eigentlich will man DPS-mäßig direkt den ersten weg haben, bevor der zweite kommt, aber das wird hart. Also wenn ihr diese Frost spuckt, dann L2. Ja, wenn man nicht getroffen wird, meinst du? Ich stehe voll drin. Ich Idiot. Ich stand voll drin und wenn du einmal L2 drückst, oh mein Gott. Ja, mach nochmal. Gott. Oh mein Gott. Die 99.000. Samen. Achso, oh mein Gott. Ich dachte schon. Ne, ne, wir haben gerade erst gelibelt. Der Page hilft. Mimik kommt gleich. Der bacht sich gerade. Einfach Füßbrennen. Ja, der brennt noch. Weiß. Okay, ja. Gibt es 10.000 Items. Der ist aber auch nur halb voll, der kommt sofort mit halb live. Ah, da komm ich nicht mehr an. Oh. War doch, war doch in Ordnung. Ja, das stimmt. Aber es ist ein unübersichtlicher Fight. Also wenn man das erste Mal hier reinläuft, das nicht weiß, dass zwei von denen kommen und du machst die, machst die direkt beide dann, ist schon gut. Dann hast du einen Opec Char. Oder bist gut. Zauberer wahrscheinlich. Oder weiß. Oder weiß. Oder die Blutungstypen. Das wäre tatsächlich noch, also ich bin noch am überlegen, wenn ich das Spiel immer mal durch habe, ob ich New Game Plus dann so umskille, dass ich nicht mehr Zauberer spiele, sondern halt auch mal so ein Blutungsgut. Ja, gerade vor der ersten Patches war das unfassbar umgekehrt. Was? Der S04, wie gesagt, der spawnt nicht mit halbem Leben, die Mimik hat dem gegeben. Aber das war gerade davor auch schon so, dass der direkt halbes Leben hatte. Das zweifel ich an die Aussagen erstmal. Ich glaube schon, das Jahr halb spawnt, weil ich hatte mich gewundert, ob die am Anfang, als ich auf beide vor mir hatte, habe ich erst gedacht, die werden gelingt, weil die beide Half-Life waren und ich habe mich auch gefragt, so hey, wieso? Der spawnt Half-Life. Alles klar, danke, Maschum. Da hätte ich sein können. Aber Peter, ganz gefährlich ist. Die sind nämlich One-Head. Wir brauchen mehr Damage. Ja, die hier mit, aber zweihändig jetzt in die One-Head. Einfach zweihändig. Ihr könnt den Flammen-Buff öfter nutzen. Ja, das ist richtig. Mimik war absolut korrekt. Mimik ist krüger, macht das öfter. Wir haben so viele Zauber einfach. Also, Anrufungen. Ich bin sehr gespannt, was hier passieren wird, beziehungsweise was man hier findet. Was so wichtig ist. Genau. Was den Chat... Lol. Dazu veranlasst hat... Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Verraschend voll. Das ist mal sehr gut. Alles, was mit dem Schild auf dich zukommt, kriegt erstmal so einen Sprung am Lippen. Das belastet. Okay. Okay. Was soll der Chat nicht verankommen? So. Als ob. Jetzt kommt die Wurft raus. Ich glaube, der ist immer noch nicht vergiftet, oder? Ist er nicht. Ach komm, das ist eine absolute Freiheit. Aber immerhin versucht, ne? Okay. Das war der günstigste Zeitpunkt, stehen zu bleiben, um dieses Item einzusammeln. Wieso sehen die so komisch aus? Die haben wir aber auch schon mal getroffen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Hä? Ist der hinter dich? Der ist runtergesprungen. Ne. Ich dachte, deswegen ist der da auch gestorben. Wo ist der hin? Das ist eine Shiny-Version. Ja, vielleicht. Ist der noch da? Oh mein Gott. Die machen sich unsichtbar. Ja, genau. What the fuck? Okay. Hey, irgendetwas Special müssen die haben. Let's do the Geist. Let's do the Geist. Jeder macht das. Stimmt. Ich habe Ghostbusters noch nicht geguckt. Der ist mal auf die Liste. Den habe ich im Kino verpasst. Das war aber ärgerlich. Okay, wir haben den Zauberer-Turm. Wir haben eine Brücke. Da ist der Zauberer-Turm. Wo ist die Brücke? Die zählt ja nicht, weil die kaputt ist. Die zählt potenziell. Also, wahrscheinlich irgendwo. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Da hast du jetzt. Okay. Ja. Ich glaube, da ungefähr ist das. Ja, das Blöde ist, da wird ja, da ist ja keine Markierung, also da ist sowieso kein X auf dem Boden, aber da ist ja nicht mal so ein Ort, wo man sich denken könnte, okay, wenn ich mich hier hinstelle, dann passt das. Die ersten zwei Bilder, die ich gesehen habe, da bist du halt irgendwo auf irgendeinem Stein und musst dann einfach Dreieck drücken. Hm. 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 Warum ist hier so ein Trash-Mob-Kram? Bin ich überhaupt? Ich bin einfach irgendwo reingegangen. Oh. Graben. Oh nein. Ja, okay. Alles gut. Nee, das. Übel. Okay. Wenn die Kombo dich, glaube ich, voll erwischt, ist man weg. Ohne Witz. Also das ist ja insane. Wahrscheinlich musst du mehr mit Schild bei denen arbeiten. Hier bin ich aber nicht hochgegangen, oder? Nee. Oh, nee. Nicht? Doch. Da hast du das Item eingesammelt. Mach ich? Okay, Moment. Ich will auch so ein Vogel. Ja, doch, ist richtig. Okay. Let's do that again. Wo habt ihr die Husanrüstung? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht mal, wie die heißt. Ist die nicht von dem... Willkür? Willkür? Ach, du meinst von Weig gerade? Weig. Genau. Ja, das kann sein. Dann ist die aus der letzten... Aus dem... Siegelgefängnis. Siegelgefängnis. Ich will mal Spiegelgefängnis sagen. Ich auch. Aber ich war auch. Siegelgefängnis, genau. Boah. Ah. Und dieses Siegelgefängnis ist hier in dem Gebiet... des Eises. Okay, die Vögel sind unfassbar krass. Ja, die sind schnell, machen viel Schaden. Der hat ja seine ganze Combo noch nicht mal in dich reingedrückt. Dieses Feuer, dem bist du ja auch noch ausgewichen. Okay. Da unten sind wir reingekommen. Und da wären wir auch rüber hier hingekommen. Ja, okay. Gut. Uh, dankeschön, Allstar Gamer. Für 10 Abos. Vielen Dank. Sehr nett. Also könnten wir... Hier sind wir gerade auf der Brücke, wo wir gerade aus könnten, theoretisch. Und wir gehen hier mal reingucken, wo wir auch noch nicht waren. Geh mal da reingucken, was soll ja schon passieren. Ganz einfach, die Übersicht zu behalten. Äh, okay. Okay, ich bin auch verwirrt. Jetzt würde ich einen guten Abend. Hallo. Das wärst du aber doof. Ja, die sind ja unsichtbar. Stimmt. Deswegen sieht man hier auch keine Gehse. Ja, konnte ich schnell genug. Das ist halt so der Bait, ne? Du siehst da Feuer dahinten. Da oben ist eine Gnade, genau. Oh, da ist mir egal. Da ist mir egal, das ist mir egal. Das ist der Fall. Da hinter. Bruder, krieg ich dich noch. Ich war nicht der Einzige, der auf diese Idee gekommen ist. Oh. Raus und wieder rein. Das ist potenziell eine gute Idee. Oh. Dass der sich so kurz unsichtbar macht, ist der Zauberer auch richtig nice. Okay. Na ja, gut, alle werden halt hier wieder aufstehen und den versuchen, ne? Ja, ja, das stimmt. Na gut, dass die Tür nicht aufgeht. Oh, hello. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Oh, große Sonne, kalte Sonne Sohls, ergibt dich der Finsternis. Schenke den seelenlosen Knochen Leben. Stimmt, das ist schon so ein bisschen seltsam, dass da oben so richtig kalt ist, obwohl das Ding Sohle heißt. Oh, schruttel der Eklipse, eine legendäre Waffe. Na, erstmal gucken. Es ist, oh, warte mal, es ist Stärke, Geschick und Glaube. Wir bräuchten nur mehr Geschick. Oh mein Gott, es ist 25 Geschick und 30 Glaube, die man benötigt. Ein Krummschwert, was körperlich... Oh, 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 oh. Ah, ich hatte gerade den Mund voll. Ah, frech. Ich will seinen Block unterbrechen. Einen kann man gut unterbrechen, da muss man einfach nur die ganze Zeit drauf ballern. Beinschutz von einem verbrannten Ritter... Ja, Tobi, das stimmt. What? That's what she said. Was habe ich gesagt? Du nicht, aber ich habe gerade so... Achso. ...Andeutung gemacht, hier zu sagen, da kommt jemand. Achso. Dieser Beinschutz ist Teil einer dicken, vollständigen Rüstung, die den gesamten Körper bedeckt. Er stammt von enteigneten Rittern, die durch Verfehlung oder unglückliche Umstände ihre Heimat verloren hatten. All diese Ritter waren berühmte und hoch dekorierte Kämpfer. Darum behielten sie wohl auch ihren Rittertitel, trotz der Enteignung. Okay, so, jetzt aber hier, der Schottel, Schottel, dafür fehlt uns theoretisch drei Geschick, Macht, Heiligschaden, Körperlichschaden, das geschichtsträchtige Schwert und Erbstück von Schloss Sol verziert mit der Finsternis einer farblosen Sonne, eine der legendären Waffen. In Sol erfüllt jede Sonnenfinsternis die Menschen mit ehrwürdiger Furcht und nicht einer wagt es, die Augen von ihr abzuwenden. Todesfackel, einfach die erloschene Sonne mit den Flammen des Todesbranzen. Oh, und du machst Todeseffekte, krass. Aber haben die nicht immer so die Mini-Wini-Reichweite? Ja, genau. Ja, die sind jetzt nicht so riesig. Ja, können wir jetzt auch nicht machen, das ist blass. Warte mal, ganz kurz, weil ich mir das einfach mal gerne angucken wollen würde, suche ich mal was raus, womit wir verfolgen. Vielleicht mehr Geschick bekommen, haben wir sowas? Haben wir nicht sogar einen Talismann dafür, von den gelben? Stärker haben wir. Glaube und... Okay, er... Naja... Na gut, aber die Waffe ist dann zusätzlich auch noch aufgeladen, ne? Ja, das stimmt natürlich. Schon nicht schlecht. Ich hätte sagt, pro Hit machst du Todesdamage dann krass. PvP-Weibel vor allen Dingen auch. Hier habe ich nochmal nicht ganz genau geguckt. Täusch, Torn, Bagi. Oh, no. Komm auch. Bitch! Geht nicht, Peter. Und die Flieger. Achtung, der kommt flach. Habt ihr den Boss schon von der Burg? Ne. Nein. Wir wollen nicht wissen, was hier Boss und so weiter. Ja gut, dass hier irgendwas Großes kommt. Wir sind unbefleckt. Shit. Okay. Und, wo sind wir hier? Weiß ich nicht, ob der... Hat Peter das Amulett wieder getauscht? Ja, habe ich. Okay. Einfach so schnell, dass die Twitch-Zuschauerinnen und Zuschauer das gar nicht gecheckt haben. Okay. Das ist ein Aufzug. Dieser Aufzug interessiert mich gerade. Könnte das ein Shortcut sein? Bleu. Was denn? Das ist direkt der Eingang, sozusagen. Unter der Brücke sind wir durchgelaufen. Dann kommst du da auch. Dann wirst du da auch gezogen, oder? Ja. Also würde ich jetzt mal vermuten, weil... Ja, vermutlich. Aber ich weiß nicht, ob du den aktivieren musst, um jetzt über dich runterzuspringen. Aber das ist wahrscheinlich eine dumme Idee. Warum bist du runterzuspringen? Also du musst doch nur auf die Mitte treten. Was soll denn da passieren? Meinst du, das ist von Anfang an schon benutzt? Ja, wahrscheinlich schon. Warte mal. Ist der einfach da runtergesprungen? Ich glaube schon. Deswegen mache ich das jetzt mal vielleicht nicht. Ja, da kommt jetzt auch. Nein. Oh, okay. Dann mal los. war da nicht noch ein wolf ja ich glaube der ist drüben geblieben immer eine gefährliche entscheidung hello wolfie wolfie wolf was ist das hier okay da oben steht einer drauf oder so eine feckel oder wo meinst du richtig wo gerade was da oben auf dem kleinen holzding das ist aber bestimmt so unsichtbarer drauf oder nicht so jetzt sieht aus wie so ein bogenschutz ja sein können ja halt sein können warum kosten zauber eigentlich ausdauer wozu gibt es mal das wäre sonst zu krass wenn die nur weil dann könntest du dies je mehr du brauchst nur mana um zu spammen bis zum geht nicht mehr das wäre viel zu heftig zauberer sind jetzt schon op glaube einfach spielen ist entweder entweder zauberer oder bluten ich weiß es nicht was leichter ist oder so aber schon stark auch so man hier schießen zeit für dieses bogen kurz genach gesagt monarch suchen ist denn der monarch also nicht das ding da oben drauf ist das ist das wir haben bürgen das so da gibt es eine glitsch möglichkeit okay nach dem boss ja ne da machen wir nicht den boss machen wir einfach easy first try also die alten die dark souls zeiten was meinst du da haben wir das mit dem bogen war gemacht da habe ich das auch gemacht also ich weiß der der ich weiß nicht mehr wie der hieß aber du kommst den auf langen aufzug hochgefahren hast dann langen gang und dann kommt irgendwie mit so einem krassen schwert ich glaube in dark souls ist es und da konnte es einfach im aufzug stehen bleiben einfach tausend pfeile drauf ballern fertig also king hießen ja noch mal war das nicht die menschen als das die menschen als das kommt der endboss erst verdienen soll es aber den haben wir doch nicht so gemacht man hätte nicht mal so gemacht was war das doch nicht der end boss den end boss von die menschen habe ich damals nicht gesehen ja aber einer der letzten das auf jeden fall ich guck mal eben noch ja moin doch old king allen aber danach geht es ja noch weiter ja das stimmt aber nicht mehr viel oder kann sein also die ich habe das so im kopf dann gehst du mit dann gehst du mit der aus dem haupt um mein gott 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 aus dem haupt darunter und dann hast du nur noch so ein billo kam für alles vorbei das kann ich habe damals die ganze welt gemacht weil ich irgendwas nicht geschafft habe müsste ich jetzt kurz bei der playstation 3 aus dem keller holen und die menschen das war bei dem remake ja genauso ja aber da würde mich immer noch interessieren wo ich da damals aufgehört habe ach so weiß ich nicht mehr ja der king in land war der letzte krasse dude und dann hast du da noch so ein billow boss fight gegen so ein typ der die ganze zeit auf dem boden sitzt und nix kann okay da hat er sich dann nicht bei oh mein gott ganz schön voll da wo gibt es das schwert am fuße des turmes wo man die radarn ruhe das war oleg oleg hat uns gerade gekillt ja stimmt erneut also ja mach mal da lol da ist ja guck mal hier hab ich 5 und zack da heiliger turm von keller keller ja ich habe natürlich hundertprozentig aufgepasst und weiß exakt wo Peter hingelaufen ist er ist die leiter da hoch oder ja bestimmt ach ne der kann keine leitern laufen wobei doch die können in den anderen bogen konnten die das hier hat peter eben ein item eingesammelt ah ja da war der du mit den wölfen kann sich porten ja hat er scheinbar noch nicht so mitbekommen ja schild bin ich ehrlich gesagt kein freund von also nutze ich irgendwie nicht Fetze zu spät zu spät er springt erst hoch um dann zu zu schlagen dass ich direkt zu schildern aber der ist die leiter nicht hoch gekommen mal gucken ob das noch passiert ähm plötzlich kann er sich porten plötzlich kann er sich porten plötzlich kann er sich porten irgendwann muss nochmal Ende sein mit deiner Poise da ja kann man ja oh 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 Die Bedeutung hallo hallo peter bin nur dreimal gestorben okay bleibst du jetzt da unten oder portest dich doch hoch weil entscheidest du dich gut jetzt weil wo willst du hin bist du nicht hier gewesen schade habe ich auch noch völlig umsatz gestorben wenn du dazwischen den zwei gebäuden runter drops und dann links da bin ich gewesen ich dachte jetzt die leute eingesammelt die leute kann man sich gar nicht anschließen die feiern ja direkt party ja sehr gut zeit für mich aufs klo zu gehen jetzt viermal gestorben das war doch hier direkt oder ich habe jetzt gesagt er ist hier rum da ist es direkt ja aber ich glaube wir waren hier noch gar nicht gucken das könnte man noch kurz machen ja okay weil ich kann mir vorstellen dass der weg der weg ist der gegangen werden muss und hier können wir noch mal einen blick darauf werfen was hier denn noch ist tschüss guck mal da unten kann man auch rein und hier kann man auch runter damit hier gibt es eindeutig zu viele wege okay du hast uns schon direkt gehört guck mal da unten 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 Den machen wir noch mal. Das geht ja so nicht. Na komm, ey. Den habe ich gehasst. Der ist legit der schwerste Mob in Alien Ring. Okay. 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 Leider natürlich nicht. Ich brauche die Scharlachfäule. So schwer ist er jetzt auch wieder nicht. Und jetzt Bernstein-Betailleur plus eins. Gut, wenn jetzt natürlich zwei von denen kommen, dann haben wir ein Problem. Hier wird die maximale FP deutlich. 130 auf 141, ist nicht schlecht. Wenn da zwei von sind, ja. Wenn da zwei von sind, ist einfach nur Ripperino. Okay. Okay, haben wir jetzt hier den Weg gemacht. Also gehen wir wieder hoch und versuchen, die andere Leiter zu nehmen. FP-Force Power. Ich weiß gar nicht, wofür FP steht. Ich weiß gar nicht, wofür FP steht. Was denn? Wir haben ein neues Amulett bekommen. Himmelsberstein-Betailleur plus eins. What? Das habe ich auch. Aber ich war nie hier. Hm. Also nicht mal ansatzweise im Gebiet der Riesen. Weiß ich nicht, was ich sagen soll. FP, Fokuspunkte. Okay. Fokuspunkte. Hä? Gibt es Items? Also solche Items gibt es doppelt? Okay. Hast du wahrscheinlich plus null. Nee, nee. Ich habe schon ein besseres als das ursprüngliche. Vielleicht plus zwei. Vielleicht plus zwei. Wer weiß. Oh nein, Ratten. Woltern. Da sind viele Ratten. Wir haben aber echt viel Damage gemacht, muss man sagen. Oh, das ist noch mehr Ratten. Oh, die hat nicht gleichiert. Was hat er geplant? Das ist halt echt uninteressiert. Okay. Besser. Nee, du bist schon tot. Sorry. Hm, okay. Ah, sehr gut. Kann man sich vorstellen, dass hier keiner ist. Okay, hier ist keiner. Stimmt, die benutzen wir auch irgendwie gar nicht mehr. Ja, hier ist es aber auch gerade schwierig, alles. Jetzt wollen wir doch mal schauen. Naja. Mal gucken, ob der Teleporter, ach Quatsch, der Teleporter, der Aufzug funktioniert. Der hat dich nicht losgelassen. Der geht nicht. Ey, nur ich! Das ist gerade im Sound nach, der hat dich gewonnen hittet. Zum Glück nicht. Okay, jetzt können wir wieder darum gehen, wo wir gerade schon jetzt ein paar Mal gestorben sind. Ah ja. Also hier rum links, dann wieder links und das ist der Raum. Da war ein Hebel, ach was. Unten war ein Hebel? Der war doch schon da, der Aufzug. Weißt du was? Ihr könnt mich alle mal fern, wenn wir gerade mal so auf... Ah ja, ihr seid krassen Motherfucker. Oh, du läufst ja fast den Post durch. Okay, hier ist wahrscheinlich... Da ist die Fels um aktivieren. Ja, ich aktiviere mal ganz kurz, okay? Alles klar, let's go. Da bin ich ja mal gespannt, wer da kommt. Kommandant Nial. Oh, oh, das ist schon nach vorne gemacht. Ja, hab ich extra. Okay. Oh, da rechts kommt Oleg. Fuck, das Kommandant Nial. Ja, der hat die... Wo ist unsere... Man macht ja nichts. What ist tatsächlich? Ach, der hat die... Der hat die geschickt, quasi, ne? Okay, Alter. Timi Lick ist schlecht. Das könnte interessant werden. Das könnte sehr interessant werden. Macht man erst die Ads? Oder macht man nur den Boss? Weil der die ja auch beschützt. Und auf jeden Fall macht das Scheißding endlich mal weg. Der braucht eh keine Sau. Wow. Ja, den habe ich so oft schon aus Versehen ausgerüstet. Warte mal. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Du kannst natürlich auch den Aufzug nehmen. Da musst du aber das andere Gnade nehmen. Wozu? Also... Ja, weiß ich auch nicht. Das kann ich genauso gut durchkommen. Okay, da ist ein Hebel, ne? Und... Hör auf. Zu spät. Aber doch gar nicht so scheiße. Nur ein bisschen. Aber ich dachte, ich bin gestorben. Alles gut. Jawoll. Fuck you. Nicht mehr so viel Leben. Ja, ich habe es mitbekommen. Ach, das läuft. Aber das war die Mühe. Ich dachte gerade, der hat einen neuen Gruppen. So ist die da hinten. Habe ich auch nicht verstanden. Also ich sage mal, der ist auch alleine nicht wehrlos. Verzeih' ich. What the fuck? Ja, geh einfach weg. witness.» Jo. Ja. Zack. Auch Dom. Ja. Undена. Ja. Ja. Und. Ja. 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 Was macht der da? Achso. Oh, das hat mir vor allem mal gereicht. Ja, das ist eine Mahler, aber es ist weg. Boah. Okay, der ist krass. Ja, aber der hat Scharlach jetzt beim zweiten Mal bekommen. Also er kriegt es auf jeden Fall, wenn es durchgeht. Hm, okay. Deine Herangehensweise fand ich aber gut. Jetzt auf jeden Fall zuerst. Ja. Also, auch alleine hat der nur ordentlich was drauf. Ach, volle Kanne. Also der hat Frost, der hat Blitz. Ah ja, und der obligatorische Schritt nach vorne ist doch empfiehlt. Ja, würde ich wohl auswählen. Weil gerade hat es dafür, glaube ich, gesorgt, dass die Mimik schneller gerufen wurde. Jetzt gewartet, so nach dem Modo kommt mal zur Mimik. Ja, das ist auch gar nicht. Jetzt kannst du schon mal. Ah, das ist spät. Oh, er lebt noch. Das kann nicht wahr sein. Verbrenn doch. Der verbrennt sich. Weiß. Und wir noch das heilen Ding? Ja. Ja. Scheiße. Fuck, ich habe es gedrückt gehalten. Ich glaube, wir hätten damit auch unsere Dinge heilen können, aber da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Holy shit. Drückt der. What the fuck? Das wäre ultra witzig. Ich weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert. Wir haben nur zwei. Einfach beide Ads. Da geht es richtig ab. Das wäre so lustig, wenn das gehen würde. Ich könnte mir das vorstellen. Wir haben halt nur zwei. Ich weiß nicht, wie einer man ran muss. Das ist auf jeden Fall ein Viereck-Item, sage ich mal. Aber hey. Befordert, wir haben unseren Inventar verschimmelt. Die Idee finde ich nicht verkehrt. Das hätten wir auch noch. Einer schreibt, brauchst du vielleicht zwei pro Gegner. Also kannst du vielleicht nur einen drüber holen. Ich weiß nicht, ob das Nahkampf ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Das dauert ein bisschen. Ja. Dafür ist der viel zu schnell. Also der Charakter wollte erst an dem Blümchen riechen, habe ich das Gefühl. Und es dann benutzen. Das wäre dann. Hm. 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 so nice ok hat gar nichts zu machen ja tu mir leid ich hab's gefordert ne alles gut ja das war die Mimic wird hart macht ihr jetzt Schaden? das ist einfach nur der Bug für die Gegner what? what? das hat er bisher noch nicht gemacht Das war wieder ein anderer Bug. So, jetzt hat er seinen Blitz aktiviert. Ja, der Start war schon belastend. Ja, aber wir mussten mal ausprobieren. Ja, genau. Wollte ein bisschen rumtesten dann. Ja, genau. Ja. Ja. Welchen anderen Weg gäbe es denn? Ach so, das meintet ihr. Ja, man könnte... Scheiße. Man könnte wirklich versuchen, über die Brücke, äh, Quatsch, über den Aufzug zu gehen, damit die Mimik nicht am Anfang hier Sparenz gemacht hat. Ja, stimmt. Weil... Die geht jetzt erstmal nach da hinten, oder? Deswegen... Okay. Deswegen... Ich fühl... Fäck... Ich fühl... Fäck... Vielleicht habe ich zu früh aufgehört. Aber versuch mal über die... Über den Aufzug. Ja... Da kommt dann allerdings dieser... Dieser... Vogel. Albert Ross habe ich. Was? Okay. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Das heißt, du musst oben rauftreten. Ich schicke den jetzt mal wieder runter und dann kannst du ja gleich gucken, ob du ihn benutzen kannst. Ja, das würde ich aber auf jeden Fall Zeit kosten, die du brauchst, um zum Boss zu kommen. Ja. Also gerade bin ich einfach nur kurz gegangen und habe direkt einer eingefangen. Ja. So nach vorne. Ja, gerade kam die ganz praktisch. Das war technisch sehr viel besser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin halt komplett tot. Lassen wir mal. Aber das ist auch nur halbes Mann haben. Oh mein Gott. Ja, okay. Okay. Ich mach mal Scherp klein neu. Ja. Oh der ist echt stark ey. Vielleicht müssen wir doch nochmal gucken, wo wir die Blume plus 8 herbekommen. Ja, für die Mimic, das stimmt. Ja, für die Mimic, das stimmt. Ja, deswegen, also... Das haben wir irgendwo, entweder irgendwo anders reingeballert oder völlig übersehen, weil ich habe die Mimic relativ schnell auf 10 hochgezogen. Ja, wir müssen uns irgendwo übersehen haben, weil bei mir ist meine Mimic auch auf plus 10. Eben in der Chat gesagt, hinter den Gargoyles. Ja, aber hinter den Gargoyles habe ich bei mir keine Pflanze plus 8 geholt. Ich habe die Gargoyles zwar gemacht, aber das war's. Ja, die Achter muss es halt irgendwo unten geben. Ich weiß halt nur nicht mehr in welchem Gebiet. Den Sjofra glaube ich nicht, das ist zu früh. Aber später irgendwo so ein Nokron oder sowas. Da müsste es sein. So, wenn ich jetzt mit dir da hochfahre, kann ich dich denn direkt wieder runterschicken? Ja. Das haben wir uns so nicht vorgestellt. Ja doch, so ein bisschen. Das ist okay. Das ist okay. Ich mach den. Heißig. Ich hab's gekocht. Ich hab's auf jeden Fall beide abbekommen. Ich hab's gekocht. Ich hab's auf jeden Fall beide abbekommen. Oh, der ist halt. Oh Leute, das hab ich gar nicht mitbekommen. Scheiße. Ich hab die auch nicht so schnell. What? What? Wie viel Area Damage hat der denn? Oh, der ist schon wieder staggered. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, aber das gibt uns ein gutes Gefühl. Das sagt uns machbar. Also Scharlach, wenn man auf Mana achtet und durchzieht, ist ne ganz coole Nummer. Ich hab mir fast schon gedacht, dass wenn die Mimic sich nicht mit den hinteren beschäftigt, die dann Jeaten wird. War aber so auch okay. Ja, aber für den Pasch. Nein. Nein. Der Start war super. Ja, das stimmt. Der Start war optimal. Effekt. Also, ähm, beide Tod, kein Leben verloren. Und wenn der Typ seinen Kauderweltstab rappelt, dann ist eigentlich kurz alles cool, weil da macht er nur diesen Buff. Ich bließe nur mit einem Rudenbogen, ja. Ich bließe nur mit einem Rudenbogen, ja. Ja, ja. Da haben wir ein paar. Ja. 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 Ja, aber noch in Ordnung. Das ist ja so. Oh meinst du, das ist volles Mana. Ja. 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 Ich hab auch nicht gecheckt. Ja. 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 Okay, ist kein Mana aktuell. Das war ein guter Hinweis. Unig ist jetzt down. Nein! Ich wollte weg, aber er macht uns einfach so viel Damage. Mir fällt jetzt erst auf, dass der rechts gar kein Bein hat. Der hat gerade sein Bein unter Blitz gesetzt und dich damit getreten. Oh mein Gott. Was? Aber machbar. Ja, safe. Soll ich versuchen zu helfen? Nein. Alles gut. Wir sind schon... Wir kriegen das schon hin. Völlig normal. Endlich mal ein Boss, den man nicht First-Try macht und mal ein paar Versuche drauf. Muss man aber mal lernen. Also, alles super. Es ist ein Pirat. Ja, eigentlich schon. Ein guter Kampf. Ein neister Kampf auf jeden Fall. Ach, das ist ja wiederum. Gibt es noch? Äh, jetzt nicht mehr. Sehr gut. Nicht volles Mana. Das ist das Schwertbein. Das ist das Schwertbein. Das ist das Schwertbein. Das ist das Schwertbein. nein er macht ja noch mal da ist jetzt habe ich das jetzt habe ich auch drauf geachtet mit dem mit dem fuß das hat gerade über drei viertel unseres lebens gekostet ja natürlich wir waren auch noch in einem angriff dann christian mehr der mit schreien aber trotzdem ist der tritt ist game over ja stimmt ich hatte keinen rotenbogen drin er hat es nicht stimmt ja stimmt man könnte die mana flas auf eine andere taste legen am wechsel bisher habe ich gescheitert aber die idee ist nicht so verkehrt wie auch so direkt hast du haben wir die bola ja auch wird jetzt ein hartes ausrufezeichen unten ach so werden wieso sage ich zum dreieck immer ausrufezeichen das sage ich jedes mal wenn ihr die acht fach kommen das ist ja die acht fach kommen wo dieser dieser riesen aoe schneesturm mal gucken wo die mimik macht ihr das bei dir so häufig und bei mir ist sie halt einfach immer irgendwo weil du etwas weiter rechts standest gerade als ich ja nice genau mana hat nicht gereicht hat nicht gereicht scheiße ich werde sie heilen schade mich okay hat nicht gereicht sind das ist und das Ah, Motherfucker. Scheiße. Ich kriege ihn nicht mehr gestagert. Nach dem Lass-Den-Fungangriff piekst er noch einmal. Das ist richtig böse. Das stimmt. Du hast ihn jetzt zweimal in einer Round gestagert bekommen. Ich weiß auch nicht, wodurch. Und ich kriege ihn nicht mehr gestagert. Deswegen bin ich diesmal ein bisschen greedy reingegangen, in der Hoffnung, dass ich ihn in den Stagger-Mode bekomme. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich glaube, in dem einen Mode hat einfach die Mimic sehr viel draufgeschlagen. Oder irgendwas gemacht. Ich weiß auch nicht, wie es sein konnte, dass er zweimal so schnell hintereinander staggered war. Vielleicht lag es auch im Arzt Angriff. Vielleicht ist er auf irgendwas affin. Kein Greed in Souls-Games. Ja, aber das war jetzt eine Taktik. Ich wollte herausfinden, wie man ihn gestagert bekommt. Das ist immer so, okay, wenn du dich ein bisschen rantasten an die ganze Geschichte. Wenn du dich ein bisschen schlagst, ist er gestunt. Ja, genau. Wann kriegst du es hin? So, jetzt weiß ich, okay, wenn ich allein gegen den kämpfe, werde ich den wahrscheinlich gar nicht gestagert machen. Nein, wahrscheinlich nicht. Und dann kann man dann darauf spielen. Vergiss den Runenbogen nicht. Ich habe erst gedacht, das wäre der Scharlach gewesen. Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, Mimic heilen, wenn man nah genug dran ist, kann sinnvoll sein. Leute, Alter, wieso haben wir denn da jetzt... Ich bin tot. Ich nehme jetzt. Wo war Marner? Dreieck, was? Dreieck nach unten. Ah, das habe ich schon vergessen. Das ist ein normaler Gegner. Nee, nee, das ist ein Boss. Ja, aber die sind wirklich unendlich. Keine Ahnung. Warum, wie die da haben? Weil die getauscht worden sind mit dem Marner-Plast. Ach so. Nägel hätte ruhig ein Story-Boss werden können. Ja, kommt auf die Lore an. Aber von der Schwierigkeit ja, eigentlich schon. Also sowas wie Renala war halt echt viel einfacher dagegen. Oben. Ja, oben. Ach so. Theoretisch kannst du dich auch buffen. Trinkst ja, nachdem du die gemacht hast, eh wieder voll. Mit Ausrufezeichen unten. Ja. Genau. Kann man sich jetzt gut merken. Ah ja. Ja, schade. Nice. Alles gut. Pass auf, zwei. Und? Ja. 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 Ich bin gar nicht mal so viel, den zu heilen. Scheiße. Das kostet so viel Marner. Nee, das war nicht so. Okay, er staggert die trotzdem nicht, er hat die nicht gestaggert, belassen aber, oh oh. Okay, mach. Okay, ich kann ihn immer noch nicht gut einschätzen, hätte ich gesagt. Ja, ist aber okay, er würde weiter leben. Okay, danach macht er nichts mehr. Jetzt hat es aufgehört, Charler ist vorbei. Okay, aber nur einen Schlag, nicht zwei Schläge. Zwei Schläge waren zu greedy. Okay, aber ist auch gut zu wissen. Da kann man auch einsetzen, wenn er den macht. Zack. Zack. Das ist aber Monoskill user. Kann es aber gerne weitermachen. Nein! 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 Oh. Fuck me. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war richtig gut Thank you, thank you, thank you Cooler Boss, sehr cooler Boss Das war echt geil Dann hast du heute eine Prothese dafür bekommen, Peter Die Veteranenprothese Dankeschön, Chad, Dankeschön Das ist das, womit er so viel Damage gemacht hat Ja Veteranenprothese Eine Waffe Zerbrungen, guter und danke für die Subs Dankeschön, 10 Subs da gelassen Vielen lieben Dank Stärke und Geschick ist Einen Quality Weapon Und Körperlich Schaden Und ist eine Faustwaffe Eine als Beinprothese entworfene von Blitzen Umhüllte Klinge, die an der Faust befestigt wird Kommandant Nial, Veteran Von Schloss Sol Bot seine Prothese im Austausch für das Leben der Ritter Die in Gefangenschaft geraten waren Später führte er diese Männer als Armee Die der Heimatphase Wait, das verstehe ich nicht Bot seine Prothese im Austausch für das Leben der Ritter Ach, hä? Der hat seine Prothese abgegeben, aber der hat die doch Ja, das verwirrt mich auch gerade Hat er sein Bein abgebunden? Ja, ist das ein Übersetzungsproblem gerade? Es wirkt für mich gerade auch ein bisschen sonderbar Kann sein Okay, du kannst dir so in beide Hände nehmen Und die L2 Hä? Okay, die L2 Kann ich danach noch was machen? Ah ja Nach der L2, R2 Ha Okay Ja, hat er sich die halt wieder geholt Ja, das kann natürlich auch sein Was ändert er sich die dann einfach wieder geholt Boah, was ein Boss Das sind die besten Boss Was? Achso, ja stimmt Das ist eine gute Idee Geist oder Glaube Ich bin für Geist So, jetzt bin ich mal gespannt Weil jetzt müssten wir eigentlich so ein bisschen die Auflösung bekommen Dafür Was hier so wichtig ist Was hier so wichtig ist, genau Hm, hier sind nochmal Leute gestorben Ja In dem Spiel bin ich so Hardcore-Susbisch Okay, hier ist gut Das ist ein Aufzug oder sowas Das ist kein Alten Das ist nix Okay Okay, wie bist du gestorben? Nur so für mich zur Info Ah ja, der Klassiker Ja, okay Das kann natürlich passieren Aber warum war der Aufzug weg? Das ist wiederum eine gute Frage Da hast du bis oben gestorben Wer sitzt da? Weiß ich nicht Wenn ich von hinten gefickt werde Wie sterben die denn hier alle? Ich springe, Alter, drüber oder was? Ja, ich glaube schon Wer ist das denn? Oh Jetzt können wir den Aufzug in die andere Richtung benutzen Okay Okay, okay, okay Ist wahrscheinlich wirklich wichtig Dankeschön, Chat Ja, wird wahrscheinlich wieder so ein ganzes Gebiet sein, weißt du Ist das doch irrelevant? Deswegen frage ich mich aber auch Warum ist das wichtig, bevor wir weitergehen? Fürst Miquilla, vergebt mir Die Sonne wurde noch nicht verschluckt Unsere Gebete reichen nicht aus Euer Kamerad bleibt seelenlos Jetzt werde ich ihn nie sehen Einen göttlichen Halligbaum Okay Das heißt Das ist ein optionales Gebiet, was wir dadurch freigeschaltet haben Aber dieses optionale Gebiet geht nicht mehr Nachdem wir den Boss hier besiegt haben Habe ich das richtig verstanden? Dann musst du dich nochmal zu dem Direktus Doch, geht wohl Okay Doch, geht Okay Warum mussten wir das unbedingt dann machen, bevor wir weitergehen? Ich hätte davon nur übertrieben, ja, okay Dann machen wir jetzt hier weiter Ich meine, der Bosskampf war geil, klar Aber der wäre ja wahrscheinlich auch noch danach geil gewesen Der Boss dort ist ein Soft Point of No Return Aber da weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig, was das bedeutet Manche Quests sind dann gelockt Okay Wenn man anders schreibt, stimmt nicht Gefällt mir Oh nein Da oben spawnt jemand This can only mean one thing Invasion Aber ohne Mimic Das ist auch nicht so häufig Oh, China Blutiger Finger Blutiger Finger ist schon belastet Stimmt Direkt Schaden bekommt Ich wollte das wechseln Danke Also ich sag mal, ein zweiter Treffer ist fatal Äh, das ist nicht getastet Dann dürfen wir es einfach nicht zum zweiten Treffer kommen lassen Sondern müssen Oh Gott, da hat er mich gut erwischt Oh Gott, okay Oh my god hier haben wir sie das haben wir mit den riesen gepult hinter dir glaube ich die kloppen sich nur gegenseitig okay okay es ist schwer dem spiel und chat meter schild wieder ist ist eine arkan stärke und geschick waffe mit feuer und körperlichem schaden eine verfluchte waffe von okina aus dem schilf land die viele männer das leben gekostet die sieht aber geil aus da das stimmt als moog der fürst des blutes okina schwert und wahnsinn am eigenen leib erfuhr bot er ihm das leben eines dämons an dessen durst nie ungestillt blieben würde die spielst du wahrscheinlich mit dem anderen katana noch auf blut und ab dafür die geht gut ab 1 1 1 2 ja genau das katana movement jetzt richtig l2 sehr böse aus allerdings läuft gefühlt jeder dritte in wäder um ist klar und hier haben wir die china maske diese hölzerne maske trägt das antlitz eines alten mannes mit gefletschten zähnen und ist der grund für den spitznamen des wohl größten schwertkämpfers aus dem schilf land erhöht das geschick und senkt den fokus je schärfer sein geist wurde desto weniger konnte er die absurditäten dieser welt ignorieren und so lässt okina alles hinter sich und stieg in eine höhere bewusstseinsebene auf dort gab es nur ihn selbst sein kantana seine meisterschaft und schon bald wurde okina wurde aus okina ein fahrer dämon mit dem schwert wie viel geschick haben wir normalerweise sieben ok 3 3 gibt es dazu ja also ganz ehrlich diese legende habe ich mal first try weggeklatscht die hätte die ihr nicht bekommen wenn ihr erst den boss gemacht hätte welchen boss achso sie sind auch nicht mehr so häufig gewesen nach den nächsten sagte chat zumindest ok ich bin tatsächlich für glaube kann ich gar nicht leveln warum will ich hier ach so genau weil ich die flasche verstellen witzigerweise bin ich auch schon bei plus 9 jährig ja wir haben dann ja in kales und das plateau aufgehört alles zu erforschen und dadurch sind uns einige kirchen wahrscheinlich abhanden gekommen also das was da passieren soll ich meine ich habe jetzt nicht gelesen so hey das passiert aber so dem scheinbar was wichtiges zu sein da auf den berg annehmen ja da ist hier die rothaare die gegen radarn gekämpft hat schwerste bössin im spiel oder whatever anhelania marika wer bist du denn denn können wir auch noch nicht da ist hier schon im chat ruhe feuerriese aber der kann das sind rollen oder Oh, oh ne. What? Was? Ja. Wait, what? Habt ihr gesehen, wie viel damage ich mache durch meine Schläge? Vielleicht fällt dir irgendwann hin, dann machst du ihm so super gut schaden. Das gibt's öfter. Oh, ja, das war okay. Okay, das ist klar, du musstest die Schäcke. Ah, ist er hingefallen. Vielleicht gibt's keinen Punkt. Oh, es gibt keinen Punkt. Okay. Ah, die Schäcke ist also oder was? Beim nächsten Treffer wird dein Pferd kaputt gehen. Danke für die Info. Ich glaube, er hat sich gewacht. Danke, das kann man so gar nicht. Ähm, ganz was passiert. Das ist ehrlich, was passiert. Aber irgendwas ist passiert. Krass. Okay, ja gut. Komischerweise hat er diese Fußfessel da kaputt gehauen. Das hat er in dem Moment nicht irgendwie jetzt Schaden bekommen oder so. Also mal gucken, was passiert, wenn beide weg sind. Er hat keinen Schaden gekriegt, okay. Also normalen Damage-Schaden bekommen, ist jetzt aber nicht so, dass du irgendwie 5.000 Schaden gemacht hast. Die Mimik hat relativ lange durchgehalten, also er hat nicht so viel Schaden bekommen. Vielleicht soll die Türe schließen. Das war ich mal eben. Ah, da hast du recht. Nein, ich bin verkabelt. Jetzt hier. Nein, ich bin auf dem, was ich in den Punkt aber auch nicht verinnert. Ich bin... Was den vyzieht? Ich bin zurückgehalten. Ich bin... Was das sind wir? Ich bin wirklich... Ich bin... Und? What? Dankeschön, es wieso, oder? Für die 10 verschenkten Subs. Das ist ganz wilder Move. Hey. Shit, der zweite ist nicht durchgegangen. Das hat aber grundsätzlich recht viel Damage gemacht. Ja, ich hätte mir nur gewünscht, dass... Scheiße. Was passiert da gerade eigentlich? Seine Hand? Ah, jetzt ist es fertig. Oh Gott, was passiert jetzt? Hey, den rechten Fuß, hallo! Okay, den kann man nicht anbieten. Kann man wirklich nicht anbieten? Ja, das war ein Pferd. Ja, das war ein Pferd. Ich komme hier nicht raus. Aber wurde es auch noch nicht getroffen. Okay, jetzt schon. Der Schaden ist halt sicher nicht. Der Schaden ist halt sicher nicht. Das ist schlimm. Kann man die anderen nicht abbauen? Also, es könnte ein Hinweis sein, dass man nur einen der beiden Füße anvisieren kann. Ja, ja, also ich dachte, du könntest die zweite auch noch abbauen, aber schlimmer geht es nicht. Schade. Okay. Keine Schaden, bitte. Oh, grüße nach Kanada! Warum auch immer die Flagge von irgendeinem afrikanischen Land, glaube ich, dahinter ist. Scheide ich nach Ontario. Oh, war die unten? Die Gnade. Weiß? Wie war die unten? Weil ich mich gerade hin teleportiert habe. Warum hast du dich weg teleportiert? Ich dachte, wir hätten eine Gnade, die näher dran ist. Da oben ist er doch. War es recht. Leil. Was denn? Meinst du, hier durch geht man in das Bossgebiet? Ja, ja. Da bin ich auch gerade durch. Ach so. Ja, dann haben wir tatsächlich eine nähere Gnade. Alter. Meine Fresse. Okay, konzentrieren wir uns mal auf das eine Seite. Also den Schnee, den du dir jetzt entgegen schießt, da muss man schon echt weit weg. Okay. Okay. Das Ding, der explodiert jetzt, was er da gespawnt hat. Das ist voll im Ziel. Aber immer noch nicht. Es schießt auch, oder? Aber wann, wenn man zu nah rankommt, oder was? Ah ja jetzt. Oh, das bleibt dann aber auch voll im Licht. Oh, das bleibt dann auch voll im Licht. Oh shit. Ja, das ist aber auch nur da, für tatsächlich ... was? Ich habe gerade keine Ahnung was er macht. Einfach Damage drücken. Einfach im Feuer stehen. This is great. Okay. What? Das wird eine zweite Phase geben. Jupp. Du hast kein Mana aktuell. Lebenstechnisch sieht es ganz gut aus. Jetzt steht jetzt bei dir der Wireless Controller ist leer oder meiner? Das ist deiner. What the fuck? Ah ja, der hat jetzt einen Knüppel. Ach du Scheiße. Kriegt der davon kein Damage? Ich bin auch dafür. Der sollte jetzt einfach sterben. Wo ist dieses Auge? War das Auge auf dem Bauch? Ich weiß es nicht. Der hat tatsächlich ein bisschen Schaden bekommen. Ich glaube ich weiß was. Oh Leute. Rapp wird sofort sagen, da ist ein Gesicht. Und ich würde ihm recht nehmen. Ich bin so normal. Ich bin so normal. der Achilles Ferse. Die Achilles Ferse. Ja, Achilles Ferse. Oh Scheiße. Ich müsste ihn ihn wahrscheinlich auf das Auge im Bauch treffen. Aber ich habe keine Ahnung wie ich das machen soll ehrlich gesagt. Ich mach so wenig Damage bei denen, wo ich treffe. Oh Gott. War das so ein Moment, wo man das hätte machen können? Ach komm ja, deine Mutter. Sind es die Hände? Ja, die Hände sind es auch nicht. Blödes für Sharlach müsstest du absteigen. Aber das würde ich glaube ich nicht machen. Ich weiß legit nicht was ich treffe. Oh, da ist es noch. Die Frage ist, gibt es jetzt einen Punkt, wo man ihn treffen kann? Ne, gibt es leider nicht. Na ja gut. Das ist sehr wichtig zu wissen. Man kann ihn stagern. Und dann war man ja der Mensch. Das ist ja okay. Oh. Kurze Pause. Bin da wohl an eine Wand geraten. Ja. Nein. Er hat ihn unterbrochen. Okay. Ich hab' vorbeidest. Oh! 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 Ja, das war gut, Mimik. Das war scheiße. Das habe ich nicht mal auf dem Boden gesehen. Nö. Das habe ich nicht mal gesehen. Du bist einfach gestorben. Das ist ärgerlich. Das ist in der Tat ärgerlich, weil ich glaube, das war ein sehr blaster Versuch. Die Mimik hat ultra lange gelebt. Tja. Ich fand den Versuch echt ganz nice. Aber das habe ich nicht gesehen auf dem Boden, dass da das Feuer war, leider. Ja, die Mimik hat wirklich alles gegeben. Tja, das stimmt. Aber wir haben viel über den gelernt. Also das, ja, ich habe das meiste nicht gesehen, außer das Feuer, was der da am Boden macht. Naja, zum Beispiel, dass du den ausdäggern kannst in der zweiten Phase. Die erste Phase musst du quasi auf sein erstes kaputtes Bein Damage drücken. Dankeschön, anonymes Gifter für fünf verschenkte Subs. Und Typi, Dankeschön für zehn Euro Tränkgeld. Komm, Mimik, was ist da los? Gib Gas! Nice! 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 Okay, tschüss Pferd. Okay, tschüss. Ja klar, mach einfach zwei dahin. Passou. Mal. 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 Ich würde interessieren, wie die Rüstung aussieht mit diesem Radarn-Helm, der auch noch so tausend Federn dran hat. Ah, nicht so geil. Also das verdeckt halt super krass die Sicht. Habe ich gekauft mit meinem anderen Schar und der Helm ist halt mega scheiße. Also der hat gute Werte, aber der verdeckt zu viel vom Bildschirm. Warte mal, ach scheiße, wir hätten uns ja zwei leisten können, ich Idiot. Ne, wir hätten uns nicht zwei komplett leisten können, glaube ich. Doch, ich habe 10.000, habe ich gerade reingedrückt. Ja, du hast 10.000 reingerückt, ja dann hätten wir uns zwei leisten können. Ja, ist mir auch schon passiert. Mal nur 30.000 Runen, naja. Okay, jetzt kriegen wir jetzt noch hin zu dem komischen Kübel dazu kommen. Aber das war auch ein cooler Bosskampf, möchte ich mal ganz kurz sagen. Also dieses Gebiet hat echt nice Bosse. Die waren beide von den Bossen, die wir bisher im kompletten Elden Ring hatten. Gehörten die für mich mit zu den besseren. Ich mag es halt, dass die Mechanics halt unterschiedlich sind. Also selbst Rinala ist zwar einfach, aber auch da irgendwie, dass du erst irgendwie die Viecher töten musst, dann noch sie haust, dann noch eine zweite Phase gibt. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Ja, okay. Ja, grundsätzlich schon, aber Rinala hätte ich jetzt tatsächlich von den größeren Bossen eher als die schwächere bezeichnet. Von dem Bosskampf. Radar ist halt super wegen dem, wegen dem, naja, du hast halt wirklich so eine Army, die gegen einen kämpft. Das war super beeindruckend. Genau, das fand ich so ein richtig geiles Feeling bei Radar, dass du dann halt so mit so vielen Leuten auf den zu rennst und dann versuchst, fertig zu machen. Okay. Sprung in eine Schüssel. Sprung in eine Schüssel. Sprung in eine Schüssel. Alles gut. Nix passiert. Gar nix passiert. Alles easy. Das mag ich am Pferd nicht. Die, diese, wenn du links, rechts machst, diese Wischiwaschi-Steuerung. Ja, saft. Im Bossrush muss man Radar alleine machen. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass viele Radar nicht machen werden in den ersten Geständen. Ja, gehe ich auch davon aus. Oder es gibt da irgendwelche Schießmöglichkeiten. Schmiede der Riesen. What the fuck? Da ist aber nur noch so ein Glimmchen drin. Okay. Einfach runter? Ja, weiß ich nicht. Der Sprung sieht super hoch aus irgendwie. Ja, ne? Auf die andere Seite erstmal vielleicht. Aber da ist so ein fetteres. Also hier würde man mit dem Pferd rüberkommen. Ja, okay. Verhaupte ich jetzt einfach mal frech. Ja. Da hast du recht. Wir sind auch keine Nachrichten, gar nichts. Da ist eine Gnade. Wir sind genau die falsche Richtung. Und muss einmal andersrum. Genau einmal andersrum. Belastend. Das ist ja kein Problem. Einfach nur zu. Das ist ja kein Problem. Oh, wollen wir das jetzt machen? Wo du gerade Ruhe hast? Ja, warte kurz. Lass mir jeden Sprung machen. Okay. Hast du eine Einladung? Mhm. Drähte bei. Riesenspalt war auch kein Hinweis, welche Richtung. Wir hätten... Wir könnten uns noch das... Ich hätte gedacht, den Job darunter zu gehen. Hat er noch eine Rune gedroppt? Oder ein Echo oder so? Der hat ein Echo von sich gedroppt. Stimmt. Wo waren denn die Echos? Ach, wer war noch die Klangperne? Nicht da. Da war nicht das die Rune. Bei den Benutzobjekten, glaube ich, auf der ersten Seite. Ja, genau. Reindrücken von der Rune. Da. Wow. Echo des Feuerriesen. Ein in den Erdenbaum gehauenes Echo eines Feuerriesen. Die Macht seines Namensgebers kann durch eine Fingerleserin erschlossen werden. Alternativ lässt sich daraus auch eine große... Ja, okay. Der Feuerriese ist ein Überlebender aus dem Krieg gegen die Riesen. Als Königin Marika bewusst wurde, dass die Flammen der Riesenschmiede niemals vergehen würden, belegte sie den Riesen mit einem Fluch. Oh unbedeutender Riese, möget ihr eure Flamme bis in alle Ewigkeit hüten. Ah, das war der Schmied. Das ist ja voll der asoziale Move, Alter. Marika ist irgendwie... Vor allen Dingen in dem Fluch auch noch den Begriff unbedeutend unterzubringen. Das ist schon hart. Oh nein, da ist wieder eine unsichtbare Links von dir. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Der eine ist doch schon runtergesegelt. Ja, da ist ja eine Gnade davor, ne? Ja, genau, da ist ja eine Gnade. Ja, schön slint. Über fünf, Stufe 1 Subs. So, da wir jetzt hier in der Gnade sind, ne? Ich würde da runtergehen. Okay, du gehst in den... In den Spalt gehst. Damit habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet. Ich dachte, der Spalt ist nicht so tief wie der Kessel. Also erst in den Spalt und dann in den Kessel. Aber so nicht. Wir können hier noch mit dem Edina sprechen. Oh ja, stimmt, macht voll Sinn. Ich habe lange die Lands in der Zwischenzeit gesehen. Diese Welt ist in grossen Neid of Repair and Death. Indiscriminate. Ja. Willst du das Ding jetzt auskippen? Sehr gut. Let me hand rest upon you. For but a moment. Das ist bestimmt Marika selbst oder so. Alter. You baited. Was passiert denn jetzt? Wieso ist denn da so viel Feuer plötzlich? Na ja, ohne Witz, das war gerade nicht rein. Und die da ist rein? Was passiert. Das war gerade. ich verbrenne sich einfach selber ok oh ertree you shall burn burn for the sake of the new lord No problemo. Das war die traurigste Stelle im Game, okay. Mein Bronze Trophäe. Das sehe ich gar nicht, wenn du Trophäen bekommst. Aber das war ja die Schicksal, also wo sind wir denn jetzt? Das war dann wohl mit Melanie, was? Das sieht jetzt nicht so ein Land aus, da muss ich sagen. Was passiert, wenn du die Karte aufmachst? Oh. Wo ist das? Oh. Weit rechts. Aber hier können wir uns nicht hin teleportieren, selbst wenn wir wollen würden. Ja. Deswegen haben die wahrscheinlich auch Soft-Dings geschrieben. Kannst dich nicht weg teleportieren. Ja. Aber irgendwann wahrscheinlich schon, oder? Keine Ahnung, vielleicht nicht. Ja, das sieht ziemlich cool aus. Das sieht mega nice aus. Wie heißt denn der Ort? Kann ich denn das heraus, was du da? Das ist eine zerfallende Farum Azula. Ne, zerfallen das. Warum alles ist noch dabei, quasi zu zerfallen. Oh ja, schön. Da brauchen wir noch ein paar mehr von. Oh mein Gott. Cool. Okay, du kannst auch fliegen, springen einfach. Also ob ihr hier alle gestorben seid. Sprach er und sprang dann. Fallhöhe schaffen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das Problem jetzt nicht erkannt. Dann hätte ich es sogar auch geschafft. Der Fall des Farum Azula. Hast du da einfach mit dem Pferd reinhüpfen? Ne, der Pferd kann ich hier leider nicht beschwören. Okay. Als ob. Okay. Wagt es nicht. Dem schließe ich mich doch ganz gerne an. Da rechts sitzt. Sitzen Gegner. Oh jo, stimmt. Guck mal du mal. Er ist ganz verwirrt so. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Oh. Damit doppelt. Hey. Weil ich einen Step gemacht habe. Okay. Zwei von denen waren ganz am Anfang mal, glaube ich, ein Endgegner. In der Höhle zuerst. Bei so einer Höhle. Rückenkommunion. Oh. Das ist ja neu ne. Jetzt machen wir die einfach so weg. zeit für nicht also wir haben uns halt entschlossen mediener zu ihrem schicksal zu führen wir haben die option ja offengelegt bekommen ja wobei ich tatsächlich in dem moment der entscheidung nicht hundertprozentig gecheckt habe dass der moment der entscheidung aber nichtsdestotrotz also hätten wir das potenziell ja trotzdem so entschieden wahrscheinlich klar beim nächsten mal dann anders wobei ich gar nicht wüsste was ich bis hierhin also außer jetzt diese eine entscheidung anders machen würde vielleicht den ich wüsste ja aktuell noch nicht mal ob ich den den typen aus der kanalisation lassen würde oder nicht hat würde ich nicht machen stimmt ja also das könnte ich vielleicht noch was aber alle anderen sachen würde ich genauso wieder machen wir können uns wieder teleportieren jeder mal nach wir haben nur noch so wenig zeit nekro weiß ich weiß dass ne krisis sagt mir wo und also r3 einsel sie oft war ließen hat noch mal jeder nicht oben links ja 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 ne nicht noch krone diesen hat noch auch immer mit n haben die beiden sache heller genau dann ist der nox teller nox teller ist da wo wir hoffentlich die nächste lili kriegen und wo ist das weiß ich nicht weil da war noch ist teller nicht unten ich weiß nicht was hat in einseln da sind wir gewesen oben links was nach irgendwo da machen du spur nox teller die ewige stadt wenn müsste da noch die lili sein irgendwo ok aber ich weiß gerade noch nicht mal über das war da gibt ihm mal die kontrolle weil ich noch mal aufzuladen muss das ist nichts an der treffe vor bei dem wasser folgen jo ich weiß nämlich nicht ob wir das gemacht haben da kamen die ganze snecken runter und so war alle ne erinnere mich an meinen play through wobei ich natürlich nicht weiter bin aber da hinten meint ihr ja nicht stecken das sind diese schleime oh warte die konnte man hier ein bisschen verwirren weiß ich noch was habe ich denn gegen dich gemacht ist sie mehr schaden mittlerweile und den habe ich sehr große angst gehabt klang perle habt ihr auch noch her und die müssten wir auch noch abgeben fragen mich aber hier sind wir lange lang doch 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 hier haben wir diese ganzen kettenreaktionen gehabt von denen wait da liegt ein eisen vergisst was ich gesagt habe ich bin gerade zweimal hintereinander den gift ziemlich skillig ausgewichen möchte ich sagen da kommen ich bin gerade zweimal hintereinander den gift ziemlich skillig ausgewichen möchte ich sagen da kommen ich wollte eigentlich hier deswegen habe ich gemacht auf die auf die schleim bolzen da warten ich habe auch gesagt so einer da sind wir auf jeden fall gewesen aber guck mal da ich sehe sie sind tatsächlich den weg da unten auch nicht entlang gegangen deswegen als ich den satz gesagt habe habe ich das item gesehen was da nicht ach komm was aber das gut ist das ist so eine kettenreaktion ja genau die ist super praktisch um die olle dazu machen oder zumindest mit ihrem pferd ich will dich aber jetzt irgendwie nicht unterschätzen ich glaube du machst immer noch schauen aua ich habe ja ja das sind direkt zwei oh mein gott er konnte man nicht reichen es kann also hier ist irgendwas war hier noch war das ist mal also nicht mehr du kommst allerdings nicht weg solange du noch im kampf bist da genau was war denn da noch auch da ist auch noch eine saat und links waren also die saat müssten wir mitgenommen haben links waren aufzug nach unten und da war wenn ich recht mal genau der volk stimmt also rechts oben zur saat sind wir gekommen weil wir den weg oben genommen haben das heißt wir haben nur diesen kleinen abschnitt verpasst wo exakt diese zwei tatsächlich schon nur diesen einen durchgang ja stimmt eigentlich konnte man hier nicht im grund hat du konntest den aufzug nach unten und das aufzug dann sind wir sicherlich gleich aus dem kampf raus irgendwann ja page jetzt auf plus zehn leute jeden fall er stimmt wir haben ja gerade so ein kleines ereignis ausgelöst peter okay mich würde mal interessieren was der bibliothekar dazu zu sagen hat irgendwie würde ich aber trotzdem gerne erst gucken oh nein das ist jetzt ein witz das gibt es ja nicht jetzt ist die weg da klar das zwei haben wir nur übersehen sie ist noch da übersehen am hauptraum mit das so die hat einfach nur die kann man hier einfach so ihren in dem raum aus dem wir gekommen sind laut schätzen mindest kann man nicht einfach so ihren stehplatz wechseln er ist der hauptraum da ist der kamin und da ist sie dem schmied nicht aufgefallen was Was? Er wird viel länger dauern, wenn er hier bleibt. Seine Schäden sind gebrochen. Er ist jetzt ein freer Mann. Es ist eine große Zeit, dass er die Rundteile hinter ihm legt. Alles dazu hin. Na ja. Gib mi Mimic. Jetzt haben wir einen neuen. Wir haben einen neuen. Natürlich haben wir auch schon eine große Geist. 3 sogar. Das kann doch nicht sein, dass die 8 so selten ist. Oh Mann, na ja. Egal. Jetzt haben wir direkt geile Länge gemacht. Ja. Aber zumindest die Mimic. So, mal gucken, was der Rest hier dazu zu sagen hat. Dem Schmied war er scheißegal. Den müssen wir jetzt aber davon überzeugen, dass er gehen soll? Da bin ich nicht so überzeugt. Wie sollte man danach noch... Stimmt, wir haben auch noch eine Todeswurzel. Aber wie sollte man danach noch die Waffen upgraden? Weil... Inji oder Igin oder wie der hieß, ist tot? Wahrscheinlich geht der nicht wirklich. IG. Ja. Die stehen im Lochstrand. Was haben denn die Fingerchen dazu zu sagen? Tja, die stehen im Lochstrand. Irgendwie gar nicht. Du hast es gemacht. Ich sehe. Was hast du für mich jetzt? Ich bin ein Fingerreader. Ich werde hier bleiben, bis der Dialog endet und die Finger sprechen wieder. Mach das, was du möchtest. Was hast du für dich? Ja. Okay. Okay. You'd force this tired old crown to work. Even now. Ah. Harder Taskmaster have I never met. Ah. Veteran-Helm. Was war das denn? Ein alter Helm, der schon viele Schlachten erlebt hat. Stammt von Nial, dem Veteranen-General von Sol. Nial war der Letzte seiner Armee und dank seiner Macht über die Geister beschützte er seinen Herren noch lange über den Tod hinaus. Der alte General konnte nicht sterben und suchte vergeblich nach einem Ort, an dem er endlich Ruhe finden konnte. So. Hat er jetzt. Wir haben geholfen. Gerne. Gern geschehen, Nial. Da ist nur die Rüstung von dem. Oh. Das ist die Peitsche. Stärke, Geschick und Glauben. Interesting. Lol. Die hat ja dem Riesen abgenommen. Achso. Quatsch. Ist ja logisch von dem Riesen, aber. Geflochten aus dem roten Haar. Alle Riesen sind rothaarig und angeblich verabscheute Radagon seine eigenen roten Loppen. Glocken. Vielleicht waren sie ein Fluch der Riesen. Naja. Und brennt, oh Flamme. Eine Anrufung, die ihre Macht direkt von den Feuerriesen bezieht. Erzeugt mehrere Flammen sollen um den Zaubernden herum. Die Feuerriesen bedienten sich der Macht eines grausamen Gottes und wurden dennoch besiegt. Ihr Scheitern befreite sie jedoch vom Fluch ihrer Einsamkeit und nun dienen sie bis in aller Ewigkeit als Wächter des Feuers. Das erinnert mich an den Demon's Souls Zauber, womit wir diese Gargoyles da One-Hat gemacht haben. Ja. Exakt. Ist auch eine Anrufung, also die könnte man mitnehmen. Ich würde sagen, let's go. Das andere brauchen wir nicht. Ja. Ja, hier, also der Bastard Sterne fand ich nicht geil. Und naja, das ist eine Kriegsasche. Also das können wir auch verfeuern. Die Axt können wir eh nicht benutzen, haben wir festgestellt. Mit 30 Stärke. Und das brauchen wir auch nicht. Also die beiden könnten wir eigentlich noch. Nein. Tschüss. Okay, dann gucken wir mal, was der Bibliothekar zu sagen hat. Wenn der überhaupt noch da ist. Ah ja. Du verbringst den Erd-Tree, nicht wahr? Ja. Und der Roundtable ist schnell zu folgen. Aha. Keine Chance über das zu schreien. Der Roundtable hält, um den Thron des Elden-Lords zu setzen. Und wenn der Erd-Tree verbringte, um das zu passieren, dann muss der Roundtable auch gehen. Aber warum? Ja, das hat er uns schon erzählt. Ja, ich dachte, er hat noch was Neues. Ja, ich dachte, er hat noch was Neues. Das stimmt, alle sind cool damit, dass die Bude brennt. Äh. Äh. Wenn ihr nehmt schon recht. Ungewöhnlich. Hm. Ja, der ist auch cool damit. Stimmt, der Klangteller hat er auch noch. Dadurch können wir kaufen. 6. Äh. Wir können gar keine Dunkelschmiedesteine kaufen? Hä? Da stand EG. Das stand EG. Äh. There you go. Ja, aber die plus 4 konnten wir doch vorher auch. Nur durch EG. Hast du die Klangperle gerade abgegeben? Genau. Wir haben ja gerade eine Klangperle abgegeben. Das ist schön auf was. Für Dunkelschmiedesteine brauchen wir nochmal andere Klangperlen. Ja, aber was hat die gerade gebracht? Das ist eine gute Frage. Hier ist nichts Neues. Ja, stimmt eigentlich. Den Speicherstein könnten wir kaufen, wenn du jetzt noch mehr Zauber nehmen willst. Tja, warum nicht, ne? Das ist 3000. Ja, kann man mal machen. Okay, sonst ist doch irgendwo jemand ohne Fahrschein. Ach, Quatsch. Ja, stimmt. Lass mich nur mal kurz hier... Naja, ist auch nix. Dann müssten wir hier... ...im Schmied. Ja, sollen wir dem echt sagen? Hier, hau ab! Mal gucken, was wir für Möglichkeiten haben. Warum baut hier immer noch Waffe? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, das war's. Untrei wert, würd ich sagen. Hier, der hat gesagt, äh, ne, macht er nicht. Okay. Ich weiß. Du bist hier für ein bisschen spirituelles. Okay. Und wenn das der Fall ist... ...ich bin ich nicht sicher, dass es nichts gibt, was wir tun können. Kann man denn... Aber hier kann man nicht raus, oder? Weiß ich nicht. Wir haben ja noch einige Streams, um das herauszufinden. Das stimmt. Weil mein Wecker geht in wenigen Stunden und ich müsste dann jetzt so langsam ins Bett. Du willst ja Dings gucken. Ja, ist klar. So, 76 Stunden und 46 Minuten. Level 114. Ja. Ich fand, wir waren gut dabei heute. Ich fand, wir haben heute wirklich auch extrem viel geschafft. Ja. Acht Stunden Elden Ring. Sind wieder ein ganzes Stück weiter gekommen. Und es hat echt Laune gemacht mit euch, Chat. Yes. Gleichzeitig ist es das Ende von unserem 20-Stunden-Stream heute. Manche von euch waren vielleicht schon die ganze Zeit dabei. Davon habt ihr dann 12 Stunden Elden Ring gesehen. Ja, stimmt allerdings. Sorry dafür, aber anders kommen wir hier sonst nicht voran. Ja. In wenigen Stunden ist das dritte freie Training und danach Qualifying für Formel 1. Falls ihr das schaut, viel Spaß euch dabei. Ansonsten werden wir heute ausnahmsweise mal den Erik raiden. Nämlich nicht mehr viele Deutsche da. Normalerweise raiden wir Erik nicht, weil der immer sowieso so viele Zuschauer hat. Aber heute könnt ihr mal liebe Grüße da lassen. Ja. Und ja, danke an die Mods, die heute mal wieder extrem lange am Start waren. Danke an alle, die gesuppt haben und uns sonst unterstützt haben und natürlich alle im Chat. Und euch jetzt noch eine gute Nacht oder noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Tschüss. 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 Vielen Dank.